Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, liebe Podcast-Hörer und auch Gucker. Wir haben ihn endlich hier. Nach so viel Aufwand, Kosten, Mühen und auch penetrant sein, haben wir geschafft, Sahbi in unserem Podcast zu bekommen. Ah, Sahbi. Wir haben immer gesagt, wir versuchen nicht nur Bekannte, obwohl er ist auch bekannt, aber vor allem interessante Persönlichkeiten in den Podcast zu bekommen. Ja, und er ist heute hier. Es ist für uns eine Ehre. Wir freuen uns, dass du uns mit deiner Person den Podcast bereicherst. Marhaban. Also erstmal Assalamu alaikum. Hallo Podcast-Zuhörer. Schauer auch, Gucker auch. Es ist mir eine Ehre, dass ich hier sein darf und ich danke euch vielmals für diese Einladung und freue mich auf eine interessante Unterhaltung mit euch. Auf jeden Fall. Und Schallah können wir der Community bzw. den Zuhörern einen guten Mehrwert liefern. Interessante Themen ansprechen. Du weißt ja, wie unser Podcast heißt. Value of the Day Podcast. Das heißt, der Wert des Tages. Wir versuchen mit diesem Podcast ja Werte zu vermitteln. Das ist ja genau auch so deine Arbeit. Vielleicht stell dir mal ganz kurz vor, was du so eigentlich machst in deiner Arbeit. Und dann fragen wir dich einfach dazu, wenn wir noch was wissen wollen für die Community, die sicherlich dann auch noch gewisse Fragen hat, die wir uns an ihrer Stelle dann stellen. Erstmal vorweg vielleicht ein kleines Szenario bzw. meine Geschichte, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Zu was genau du gekommen bist auch, ne? Genau, zu was ich gekommen bin, weil dann kann man vielleicht auch durch diese Timeline besser nachvollziehen, wie alles stattgefunden hat bzw. was der Clou daran war. Aber ich bin halt wie ein ganz normaler Typ hier in Bremen geboren und aufgewachsen, bis ich dann nach dem Abi irgendwie mehr oder weniger so eine Selbstfindungsphase hatte, wie viele Menschen, die dann ins Ausland gehen oder was auch immer. Darf ich fragen, woher du ursprünglich stammst? Aus Bremen habe ich auch gerade gesagt. Ach, ich mache Spaß aus. Kennst du diese Leute? Ja, sie sprechen aber gut Deutsch. Ich bin Deutscher, ja. Ich bin Deutscher. Nein, also Migrationsvordergrund bzw. Hintergrund. Ja. Seitlicher Grund. Hintergrund ist bei uns hier dieser Vorhang, aber der ist so schön. Also genau, mein Vater, also die typische Gastarbeitergeschichte, mein Vater ist Ende der 60er schon, ja. Aus Tunesien gekommen, hat auf der Bremer Werft gearbeitet. Maschallah. Wie viele andere auch und das halt, kann man sagen... Tunzi. Tunzi. Schnaulix. Ja, tunzi. Lebes. Lebes, ja. Ja. Das ist halt so ein bisschen der Hintergrund, also was die Migrationsgeschichte angeht und zurück zum Selbstfindungsphase nach dem Abi war ich halt so ein bisschen... Also ich bin hier als normaler Typ in Bremen aufgewachsen und irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, also kam so eine Identitätskrise mehr oder weniger, viele von euch kennen das, die halt Marokkaner, also Marokkaner, die in Deutschland aufgewachsen sind oder wer auch immer zum Beispiel. Ja, genau. Aber deine Eltern sind beide Tunesier? Genau, beide Tunesier. Okay. Also generell Leute, die Migrationshintergrund haben. Man ist so zwischen den Welten aufgewachsen und dann war halt, bin ich halt auch ein bisschen, was Religion angeht, meiner Religion näher gekommen. Als ich dann in meiner Identitätskrise war, mehr oder weniger in so einer, ich sage immer spaßhalber so eine Schizophrenie zwischen zwei Welten, man wächst hier auf. Haben wir auch schon angesprochen hier öfter. Ja tatsächlich, das ist wohl ein Phänomen, was immer wieder vorkommt. Auf jeden Fall bin ich dann halt religiöser, auch etwas religiöser geworden sozusagen und habe angefangen, meine Religion dann stärker zu praktizieren. Und mit dem Wissen halt, was ich mir dann ansammeln konnte, aneignen konnte, das hat mich dazu mehr oder weniger motiviert, in Tunesien meine Religion intensiver auf einer akademischen Ebene zu lernen, wo ich dann hoch... Also ich kannte von klein auf das normale Tunesische Arabisch, das ist ein Dialekt. Der Behe. Der Behe, genau. Und dann habe ich in Tunesien Hocharabisch gelernt und habe einen Einblick in die klassischen islamischen Wissenschaften gewinnen können. Also bist du so wie diese, kann man sagen, wie die Leute, die dann damals ein Jahr nach Amerika gegangen sind und Englisch lernen so, bist du genauer umgekehrten Weg, du bist einfach in ein arabisches Land gegangen, um Arabisch so gezählen zu lernen und islamische Wissenschaften. Genau, sozusagen, also manche gehen ja nach, was in meinem Jahrgang völlig normal war, dass die Leute nach Südamerika gegangen sind, andere sind nach Australien, Neuseeland gegangen. Für mich hat es halt dann die arabische Welt verschlagen und das Interessante da, was auch vielleicht ein bisschen thematisch zu dir passt, dass ich das erste Mal, als ich eine längere Zeit da verbracht habe, weil ich aus dem Jugendurlaub halt immer nur da war, auch mal einen Blick auf die Welt aus einer nicht eurozentrischen Perspektive gewonnen habe, weil wir sind hier in Europa, wir sehen alles aus den Augen eines Europäern. Und dann habe ich auch mal die andere Seite, sage ich mal, kennengelernt und erst in unsere wirklich bunte, vielfältige Geschichte einen Einblick gewinnen können. Ich habe letztes Mal im Spiegel einen Artikel gelesen, das passt vielleicht ganz gut dazu, da wurden die größten Philosophen der Geschichte aufgezählt. Dann hat man so eine Rangliste. Dann hat der Spiegel angefangen mit Sokrates, Platon, Aristoteles und dann eine Riesenlücke und es geht bei Dekar weiter, also in Europa, im Zeitalter der Aufklärung. Die haben einfach hunderte Jahre Philosophie weggelassen, weil es nicht Europäer waren. Diese Geschichte ist ganz sinnbildlich, wie wir auch aufgewachsen sind. Wir lesen die Geschichte aus einer europäischen Sicht. Also die haben kein Reisali, kein Ibn Taymiyyah, kein... Gar nichts. Die ja sowieso nicht. Ja, aber das sind auch riesengroße Philosophen, die große Werke haben. Selbst auch die, die aus unserer Sicht vielleicht, sagen wir mal, kontroverse Philosophen aus islamischer Sicht, zum Beispiel, wie zum Beispiel Al-Arabi oder auch andere, die werden ja im Rost und so weiter gar nicht erwähnt. Gar nicht erwähnt. Das ist für mich immer noch so sinnbildlich und da hat halt bei mir der Knackpunkt halt stattgefunden, dass man dadurch, dass man in die arabische Sprache eingetaucht ist, beziehungsweise auch auf gewisse Literatur zurückgreifen konnte. Also bist du direkt nach dem Abitur gegangen? Ja, also ungefähr so zwei, drei Jahre später ungefähr. Also noch so Anfang... Was hast du in den zwei, drei Jahren gemacht, zwischen Abitur und Ausland? Genau, zwischen Abitur und ich habe ein einjähriges Praktikum im Statistischen Landesamt gemacht. Interessant. Und genau, dann habe ich halt gejobbt in so einer Marketing-Zimmer. Bisschen Geld geh... Ja, ich habe in einer Marketing-Förerung lange gearbeitet, was Kundenbetreuung angeht, Werbetexte schreiben. Ich frage aus dem Grund, weil... Werbetexte schreiben und so weiter und so fort. Ich frage aus dem Grund, weil viele nach dem Abi oder nach der Schule, ist immer die ständige Frage, ja, was soll ich dann machen, studieren und so. Und ich bin halt auch immer jemand, der empfiehlt, dass man sich halt auf verschiedenen Feldern ausprobieren sollte, bevor man dann sich für etwas entscheidet. Deswegen habe ich gefragt. Hast du gemacht, ne? Das ist eine gute Frage, weil genau, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil man oft auch, sag ich mal, wenn man jetzt vielleicht kein starkes Vorbild hat oder jemanden, der einen den Weg weiß, so ein bisschen in der Irre schwimmt sozusagen. Deswegen ist es eine sehr gute Frage. Sehr cool. Also dann bist du nach, gehen wir zurück, du bist nach Tunesien dann gegangen. Die Frage ist ja oft, die kriege ich ja auch gestellt. Das stellen ich auch viele. Wie hast du das gemacht und wo hast du Lehrer oder Uni oder was auch immer gefunden? Genau. Wie hast du das angestellt? Kurz, wo in Tunesien? Also ich komme ursprünglich aus Hamamed. Ja, Hamamed ist, glaube ich, ein relativ bekannter Urlaubsort tatsächlich, weil sehr, sehr schön am Meer gelegen ist, die ganze Stadt. Hat 30, also ursprünglich vielleicht 30, 40.000 Einwohner, aber über 300, 400 Hotels teilweise auf ganz, ganz engem Raum. Ja, deswegen relativ bekannt. Ja, sehr bekannt. Ja, dann, ich habe halt in Tunesien, ich hatte einen Privatlehrer tatsächlich in Arabisch und dann war ich in... Der ist zu dir gekommen oder du bist zu dem gegangen? Nein, ich bin zu dem gegangen, also in so ein Institut, da habe ich Arabisch gelernt und dann bin ich halt im Unterricht, im Besuch in meiner Gegend von einem, der dann, also ein Schirr war, der in Ägypten studiert hat, über zehn Jahre, genau. Und dann bin ich auch noch in den Süden gefahren, nach Gerbes, sagt ihr? Ja, Gerbes ist bekannt, ja. Ja, ich kenne, also ich kenne mich besonders mit Tunesien Städten, aber ich weiß nicht, ob die Leute das kennen. Das ist auch im Süden. Ist das nicht von Tatawin? Ja, es ist nicht, also in die Richtung schon mal. Tatawin ist nämlich der Ort, wo Star Wars gedreht wurde für die Leute. Deswegen kennt ihr das. Diese Häuser, die unten sind, ja. Genau, Tatawin und Tozer auch in Tozer, wo Star Wars gedreht wurde, diese Wüsten-Szene und so. Okay, Maschallah. Auf jeden Fall, ja, habe ich mich dann, also versucht, sage ich mal, was in meinem Kapazitätsfeld sozusagen lag, umzusetzen, was das Lernen angeht. Und auch, wie gesagt, es waren eine schöne Erfahrung, eine neue Weltansicht, eine neue Weltanschauung, habe ich da gelernt. Und ich bin auch viel, viel offener geworden, tatsächlich. Man glaubt immer, wenn man in ein arabisches Land geht oder ein muslimisches Land, dass man da vielleicht... Radikaler wird, in Anführungsstrichen, ne? Radikaler oder... Engstirniger. Engstirniger oder nicht so offen, weil oft wird der Begriff liberal... Konservativ. Oft wird der Begriff ja liberal sehr, sehr gepreist. Und tatsächlich habe ich dann da auch festgestellt, dass die Leute da viel, viel weltoffener sind im Umgang mit Menschen, in der Akzeptanz und in der Toleranz des Gegenübers. Weil so viele Kulturen da auch aufeinander getroffen sind. Und das war für mich auch eine sehr, sehr schöne Erkenntnis, muss ich im Nachhinein sagen. Bei mir im Studium genau dasselbe. Ich bin Engstirniger zum Studium hingeflogen, also habe das Studium engstirnig angefangen, sage ich mal. Und das hat sich dann dahin entwickelt, dass man offener wurde. Ob zu anderen Meinungen gegenüber, anderen Kulturen gegenüber und so weiter und so fort. Ich habe da eine Frage, weil bei mir war das ja so, die Uni war mit vielen verschiedenen Leuten aus verschiedenen Teilen der Welt. War es auch so, dass da bei euch auch Ausländer waren, die da mit studiert haben oder war das hauptsächlich Tunesien? Ja, also es gab welche aus Algerien und aus Libyen, aber wenige und ein, zwei, also in einer Unterrichtsklasse, wo ich war, waren auch aus Malaysia einige. Also du hast dann Tunesien gewählt, weil es dein Heimatland ist, wolltest viele Sachen, sage ich mal, damit verknüpfen. War es das der Grund? Oder, weil man hätte ja auch woanders studieren können, es gibt ja bekanntere Orte, wo man das dann machen könnte. Genau, also der Grund war auch in erster Linie, weil wir halt in Tunesien, sage ich mal, verwurzelt sind, weil wir da auch eine Wohnung haben sozusagen, wo ich hätte bleiben können. Ah, okay. Und das hatte auch viel ökonomische Gründe. Also mein Ziel war es eigentlich nicht. Ich wollte tatsächlich sogar nach Ägypten gehen. Genau, das wollte ich eigentlich damit sagen. Normalerweise denkt ja jeder als erstes an Ägypten. Oder damals auch noch Syrien, war auch noch bekannt für Arabisch lernen. Welche Jahrzeit war das ungefähr, kann man sagen? Äh, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, 2000... 7, 8, so. 15 Jahre vielleicht, so. Ja, weiß ich gar nicht. 15, 15 Jahre. Maschallah. Auf jeden Fall, ähm, genau, deswegen halt Tunesien, weil es auch, weil natürlich, weil da Familie ist und da sind mehrere Anhaltspunkte gewesen, das war eigentlich so der Grund. Nur kurz nochmal, dann ist wir nochmal zurück nach dem Abitur. Warum nicht direkt studieren? Warum hast du nicht direkt studiert? Weil das ist immer so eine Frage, wo sich halt viele Junge immer stellen. Ja, ja, weil ich hab mich in dem, also in dem Fall hab ich mich noch nicht irgendwie, wie gesagt, ich war sehr relativ orientierungslos, hab mich noch nicht bereit dazu gefühlt und dann kam halt, dass ich dieses, sag ich mal, also einen Geschmack bezüglich des islamischen Wissens bekommen hab und das dann halt intensivieren wollte. Und das war halt einfach der Grund. Genau, und dafür braucht man natürlich auch dann die arabische Sprache. Genau. Und es ist halt wie eine Art Leidenschaft, wenn man eine Sache liebt, wenn man diese dann dahingehend, möchte man die auch dahingehend umsetzen. Es gibt, glaube ich, diesen bekannten Spruch, wer eine Sache liebt, der muss keinen Tag mehr arbeiten oder so. Und dann bist du nach Tunesien, hast dann halt dein Programm gehabt. Kannst du so vielleicht so einen Alltag kurz beschreiben, wie so ein Alltag aussah? Das interessiert bestimmt auch viele, die zuschauen. Wie war der Alltag? Also man geht ja ins Ausland jetzt, in ein komplett fremdes Land, du sagst Neukultur und dann studiert man auch etwas, bevor man sich, die meisten haben ja gar keine Ahnung, was ein Islamstudium ist. Die denken, das ist gleich wie an einer Uni, ganz normal studieren gehen und dann kommst du nach Hause und dann chillst du und dann triffst du dich mit Freunden. Wie könntest du vielleicht mal erzählen, wie dein Alltag da so ungefähr aussah? Ja, also es ist halt ein üblicher Alltag tatsächlich, wie man ihn auch hier so ein bisschen kennt, dass man relativ früh morgens aufsteht, dann zum Lehrer geht oder zur Schule fährt sozusagen, dann die Unterrichte macht, je nachdem halt, wo ich dann war, aber sonst meistens ist es immer so, dass man bis zum Zuhurgebet lernt, danach noch bis zum Mittagsgebet sozusagen lernt und dann eine Pause hat, danach essen geht, dann wieder ein bisschen weiter lernt, dann ist es eigentlich meist um nach Acer Schluss, also nach dem Nachmittagsgebet, manchmal vorher, je nachdem wo man war, dann habe ich mich halt auch abends mit Freunden getroffen, Socializing und das ist auch ganz, ganz wichtig, dieser Faktor ist, dass man ein Sozialleben pflegt. Mit Studenten meistens? Ne, mit Freunden, Freunden und Studenten auch natürlich, also mit den Studenten kommst du ja nicht drum rum, weil das ist ja auch ein Teil deines Lebens werden da, aber sonst auch mit Freunden und auch mit Familie. Und was habt ihr denn gelernt so, wie kann man sich das vorstellen, gehst du einfach so Arabisch an der Tafel und bringst dir die bei oder wie ist das? Sozusagen schon, du lernst Arabisch, halt du lernst die Grammatik, dann lernst du, also dann später haben wir auch noch die Rhetorik gelernt und halt wie du Sachen konjugierst, wie du ganz normal Grammatik lernst. Arabisch, ja, cool. Und würdest du sagen, dass dein Arabisch jetzt dadurch hat dich sehr verbessert oder? Also es ist natürlich besser geworden. Kann man sagen, dass du muttersprachliches Niveau hast, auch jetzt, sagen wir mal, wie jemand, der in einem Arabischland geboren ist? Also ich weiß gar nicht, wie man das genau so werten will, 100 Prozent, aber es ist auf jeden Fall besser als vorher. Also vorher konnte ich nicht mal zwischen Elif und Bear unterscheiden, also ich konnte nicht schreiben tatsächlich. Oh, du bist also null, also du bist mit null dahin gegangen. Genau, mit null bin ich angefangen, genau. Das ist Respekt. Und deswegen auf jeden Fall besser. Auf jeden Fall ist es besser, werden wir noch heute darüber reden, was ihr hier vorne seht. Genau. Dass er das machen kann, wir werden noch darauf zu sprechen kommen, da musst du schon ein bestimmtes Niveau haben, um das zu erreichen. Vielleicht können wir erstmal ein bisschen vorspulen, weil damit die Leute auch wissen, wir haben jetzt kurz den Zahvi vorgestellt. Also wie ich auf Zahvi gekommen bin, ist es halt eigentlich über die Lichtferse. Das ist sein Projekt oder euer Projekt. Ich weiß ja gar nicht, wie viele da mit involviert sind. Ich sage einfach ihr, damit wir da keinem irgendwie irgendwas absprechen. Und da kannte ich ihn persönlich nicht. Ich kannte ihn über Social Media. Ich kannte ihn tatsächlich über das Buch, was ich dann auch bestellt habe zweimal, weil ich bin jemand, der halt sowas gerne unterstützt. Das ist für mich... Also als ich die ersten Posts von Lichtferse gelesen habe, wurde mir erstmal klar, dass mein Horizont sehr niedrig ist. Also wenn der Zahvi Sachen schreibt, da merkt man schon ganz schnell, okay, da ist noch sehr viel Luft nach oben, was Rhetorik, was Sprache anbetrifft, was auch Symbolik und Tiefe und Wortwurzeln und so weiter. Und deswegen war ich auch vor dem ersten Tag direkt fern davon. Ich habe eigentlich immer gedacht, dahinter steckt irgendein alter Mann. Wirklich ein sehr, sehr alter Mann, der irgendwo sitzt und philosophisch was drauf hat und rhetorisch und arabisch sprechend. Und dann war das so, dass ich dann in Bonn war bei einer Eröffnung. Und ja, ich wurde dann so vorgestellt oder ich bin gekommen, habe überall Hallo gesagt, so und so. Und habe auch dann Zahvi kennengelernt, also nur so im Vorbeigingang. Und dann hat mir irgendeiner gesagt, ja, das ist der von Lichtferse. Das war Zakaria. Dann habe ich gesagt, warte mal, stopp, stopp, stopp. Wer ist von Lichtferse? Da wusstest du gar nicht, dass ich Fan davon bin. Nee, ich wusste gar nicht. Ich habe ja noch nie mit dir darüber geredet. Ich habe ihn einfach nur eingeladen. Weil ich wusste ja auch nicht, dass du das kennst. Obwohl wir über alles reden, das habe ich aber noch nie aufgemacht, das Thema. Nee, das Thema haben wir noch nie aufgemacht. Dann habe ich gesagt, warte mal, wer ist von Lichtferse? Weil für mich war so. Genau, ich habe ihn ja eingeladen, ohne dass du es weißt. Genau. Ich wusste ja nicht, dass der kommt. Und dann war er da und dann habe ich dir gesagt, das ist der Bruder, der macht eine Seite im Instagram, die heißt Lichtferse. Genau. Das war wie Lichtferse. Dann habe ich mich jetzt mal umgedreht, meine ich, wer ist das? Ja. Und dann hat er gesagt, der. Ja, und dann so ein tunesischer James Dean, der dann da so steht, so Stiefel, cooler Style. Da habe ich gesagt, der macht Lichtferse. Der sagt, ja, der macht Lichtferse. Ich so, boah, den muss ich auch bald kennenlernen. Ja, und dann halt von seiner Person auch dann nur noch bestätigt. Und deswegen sind wir dann, hat man sich dann kennengelernt, ausgetauscht, auch ein paar Mal getroffen. Und ja, wir wollen halt interessante Leute, die wir auf unserem Weg über die Jahre kennengelernt haben. Ein paar habt ihr ja schon hier im Podcast gesehen. Und Sahabi ist auf jeden Fall einer davon, der mich mit seiner Arbeit beeindruckt, muss man auch ganz klar sagen. Hallo und Barak. Ich auch. Du machst das ja schon, kommen wir dann später nochmal zurück zum Studio. Ganz kurz. Du kannst gerne weitermachen, Bruder. Das kann ja gut. Das kann ja gut. Weil bevor wir jetzt noch eine halbe Stunde erstmal über seinen Weg bis dahin reden, sollen die Leute schon mal vorher wissen, sitzt der überhaupt hier, warum sitzt der hier, warum sind wir beeindruckt. Das heißt jetzt nicht, dass hier nur Leute so außergewöhnliche Menschen sind. Wir holen auch ganz normale Menschen. Sahabi ist auch ein ganz, also auch von seinem Privaten, von allem, ganz normal. Aber das ist eine Arbeit, die muss man einfach würdigen. Und das ist einfach ganz wichtig, dass man den Leuten auch, wenn man die sieht, keine falsche Scheuheit, sondern einfach auch mal hingeht und sagt, ey, finde ich super, was du machst. Weil das ist manchmal mehr wert als Geld. Das ist mehr wert wie irgendein Like oder Kommentar. Wenn einer persönlich sagt, ey, guck mal, das hat mich sehr beeindruckt. Das hat mich zum Lesen gebracht. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Daraus ziehen solche Menschen oder wir alle, daraus ziehen wir Energien. Genau. Und deswegen empfehle ich das immer. Nicht immer, ja, was denkt der dann von mir? Nicht, dass er denkt, ich bin ein Fan, ein Gruppi. Nein. Wenn das ein aufrichtiges Lob ist, das kann man immer aussprechen. Und der gegenüber merkt das. Ganz ehrlich, Mohammed, wenn ich jemanden sehe, zum Beispiel, und ich mag seine Arbeit und ich feiere seine Arbeit und ich würdige seine Arbeit, habe ich überhaupt gar kein Problem, hinzugehen und sagen, ey, das, was du machst, ist top, bitte mach weiter so. Ja, die meisten haben halt immer dieses, ja, nicht, dass er denkt, dass er schleimen will, weißt du? Aber das merkt, der gegenüber merkt das schon. Genau. Ob das authentisch ist oder nicht. Genau. Ja. Und deswegen sind wir froh, dass der Sahabi heute hier ist und wir werden ihn löschern. Ja, das Buch, gibt es noch zu kaufen? Ja, es gibt zu. Tun wir den Link auch noch in die Infobox. Ja, ja, wir tun den Link in die Infobox, in die, wie sagt man nochmal, bei Spotify, Show Notes. Genau. In die Show Notes, das worauf ich immer schon gesagt habe. Da könnt ihr inshallah das Buch auch bestellen. Bestellen, kaufen, unterstützen. Wir sprechen auch darüber, was das genau auch ist, was das Buch beinhaltet. Wie gesagt, das Mindeste, was man machen kann, ist, wenn man ein persönliches Recht, wisst ja auch, wie der aussieht, wer dahinter steckt, einfach mal Lupe, der ist auch oft hier in Köln in der Moschee, der ist halt sehr, sehr viel unterwegs, auch dauermäßig. Einfach, das Mindeste, was man machen kann, wirklich, das Kleinste vom Kleinsten ist einfach folgen, liken, das kostet keine Niere, das ist keine Blutspende, gar nichts. Das ist nur ein, da bricht ihr euch nicht den Daumen. Aber viele haben Angst, dass der Daumen bricht. Das ist so ein Phänomen. Das heißt, wenn die da drauf drücken, dass der Daumen bricht, dann nehmt einfach den Zeigefinger, dann macht ihr ein Like. Den benutzen die ja sowieso, das ist schon trainiert durch Wischen. Schieben ist ja schon trainiert. Macht ihr Like. Und wenn ihr aber eine Stufe höher gehen wollt und diese Arbeit wertschätzt, dass es in Zukunft noch mehr so Projekte gibt, bestellt das Buch. Ein, zwei, drei Exemplare, verschenkt das. Damit zeigen wir in der Community, guck mal, wir unterstützen sowas, wir zeigen Anerkennung. Und Sahbi ist auch jemand, wenn er irgendwo, das habe ich jetzt auch festgestellt, wenn irgendwo immer irgendwas ist, ist der immer der Erste, der dabei ist, der unterstützt, der hilft. Genau. Und das müssen wir einfach ein bisschen zurückgeben. Super. Also erstmal vielen, vielen Dank für deine lieben Worte. Die waren natürlich ein bisschen zu hoch. Ja, die waren viel zu hoch. Also sehr, sehr lieb von dir. Ich kann natürlich alles, was du gesagt hast, auf jeden Fall auch an euch beide gerne, sehr, sehr gerne zurückgeben. Vielen, vielen Dank. Und ich danke euch auch an dieser Stelle für diese Community-Arbeit, die ihr leistet und daran anknüpfend. Es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, was du gerade erwähnt hast, dass man sich unterstützt, dass man aneinander hilft, dass man Synergien schafft, sage ich immer, eins meiner Lieblingswörter ist Synergien. Genau, Synergien. Gemeinschaften schafft und nicht egoistisch ist, weil im Endeffekt, wenn mein Gegenüber profitiert, profitiere ich auch. Und der Prophet, es gibt auch eine sehr, sehr schöne Maxime, also ein Ausspruch des Propheten Mohammed. Sallallahu alaihi wa sallam. Dass keiner von euch gläubig ist, bis er für sein Gegenüber will, was er auch für sich selber möchte. Also diese Selbstlosigkeit ist auch ein starkes, tief verankertes, moralisches Konzept bei uns in der Religion. Maschana. Sehr schön. Auch natürlich gegenüber anderen Menschen oder Nicht-Muslimen, genauso, dass man Hilfe leistet, dass man eine Hilfestellung ist für die Gesellschaft, in der man lebt, ist ganz, ganz wichtig. Also nochmal bestätigen zu dem, was du gerade gesagt hast. Auf jeden Fall. Sehr gut. Kommen wir weiter zu deinem Verlauf. Also dann hast du in Tunesien studiert, du hast Arabisch gelernt, andere Wissenschaften hast du dich auch auseinandergesetzt mit deinen Lehrern, deinen Gelehrten, mit denen du zusammengesessen hast und so weiter. Kann man sagen, du hast eine traditionelle Art und Weise des Lernens verfolgt. Ja, also die traditionelle Islam-System. Weil viele denken, nicht diese akademische Uni-Sachen, sondern richtig so, wie es über Jahrhunderte entstanden ist, die Wissenschaft des Islams, der verschiedenen Wissenschaften, so hast du das gelernt, traditionell. Und der größte Unterschied würde ich vielleicht ganz kurz kommentieren und daran sagen, ist, dass es nicht dieses Säkulare ist. Also man trennt nicht das Spirituelle, den Iman, die Anbetung von dem Wissen. Das ist ganzheitlich. Das ist ein sehr, sehr großes Problem, weil das Herz hat auch eine Form von Wissen. Die innere Haltung, die wir Muslime in uns haben. Die Teskia, diese Säuberung des Herzens. Ja, die Säuberung des Herzens, dass man einen guten Charakter hat, das ist auch eine Form von Wissen. Ja. Aber es wird leider mal so getrennt zwischen reiner Information und zwischen diesem Iman, also diesem Glaubensaspekt, diesem Spirituellen. Aber in der islamischen Tradition gab es diese imaginäre Trennung nicht. Weil das eine das andere bedingt. Das war so, ne? Das geht zusammen. Das ist so für mich der wichtigste. Das geht hier verloren, findest du, über akademischen Weg. Das hat aber auch viele Probleme gebracht, finde ich. Ja, natürlich. Wenn du jemanden hast, der zum Beispiel die Information hat, aber er hat nicht den Charakter, nicht die Werte, nicht den Iman, dann hast du da einen Monster vielleicht geschaffen. Ja, das ist auch so. Ja, weil der dann dieses Ego hat, dieses sich präsentieren will, dieses Number One sein und so weiter. Und dann kannst du dadurch, wie gesagt, jemanden finden, der dann auch so gesehen mehr Schaden anrichtet, als... Ja, weil du hörst halt oft das Argument auch von Nichtgläubigen, aber auch von Muslime selber. Ja, oder ich hab das jetzt gemacht oder ich hab mich auf ihn eingelassen oder ja, ich hab gesehen, guck mal, wie viel Wissen der hat. Der weiß doch so viel. Dann versuche ich immer zu erklären, guck mal, Wissen, das kann man nicht trennen, wie Sahabi es erklärt hat. Und dann bringe ich immer so ein bisschen ein krasseres Beispiel und sag, ja, Iblis wusste auch viel. Ja. Hat auch überall gebetet. Der hat keinen Platz auf der, der ausgelassen. Der hat so viel Ibadah gemacht, dass er die Stellung der Engel bekommen hat. Ja. So, also, da kannst du nicht... Aber am Ende hat sein Charakter gefehlt. Genau, das will ich ja damit sagen, weil die kommen immer damit, ne? Ja. Wenn es jetzt irgendwie zwischen zwei oder man hat sich auf jemanden eingelassen, wo dann am Ende rausgekommen ist, ne? Ja. Das war doch nicht so richtig. Und dann sag ich, ja, Bruder, ich hab mich davon blenden, weil der hat so viel Wissen. Der konnte so viel aus dem Koran. Ja. Der Iblis konnte auch alles. Ja. Trotzdem ist es abtrünnig geworden, ne? Das ist kein Anzeichen für Dings. Und diese Kombination, die du beschrieben hast, Sahabi, das ist für mich auch dann am Endeffekt das, was man... Weil am Ende werden wir auch an unseren Taten gemessen, ne? Nicht an dem, was wir sagen. Was wir wissen auch. Ja, aber wir will es auch nur umsetzen. So wie der Esel, der Bücher trägt. Das heißt, du trägst Wissen, aber am Endeffekt... Genau, wenn du es nicht praktizierst. Kein Nutzen aus deinem Wissen. Kein Nutzen für die Gesellschaft, kein Nutzen für dich selber. Kein Nutzen für niemanden. Sogar eher Schaden. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Deshalb, ich glaube, die Ulema haben alle angefangen, bevor sie angefangen haben, Wissen zu lernen, erst mal Charakter. Charakter. Ich glaube, einer bei Imam Malik... Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, wer von der Stelle hat gesagt, 20 Jahre habe ich erst mal... Ja, 20 Jahre, 17 Jahre hat er nur Achlag bekommen. Auf jeden Fall lange Zeit, genau. Und drei Jahre dann hat er Wissen bekommen. Ich glaube, bei Imam Malik hat das einer... Aber wenn einer das weiß, kann er mal in die Kommentare schreiben. Bei der Sellef gab es mehrere Aussagen dazu, dass sie lange Zeit erst mal den Charakter gelernt haben, bevor sie das Wissen gelernt haben. Aber es war doch beim Propheten Salasam genauso. Die haben, glaube ich, die ersten 13 Jahre. Also nur auf Charakter, nur auf Achlider und Grundlagen und Charakter. Genau, und dann kam erst... Und da finde ich so ein bisschen... Gebote und Verbote und so weiter. Genau, mittlerweile sind wir so wieder angekommen, wo ich viele empfehle, wenn du schon nichts machst, das hast du gerade schon gut gesagt, wenn du schon nichts machst, fang mit der kleinsten Stufe an, versuch erst mal gar keinen zu schaden. Ja. Du bist nur... Wir fangen wieder bei keinem Null an. Wir fangen alle bei Null an. So tief... Genau, wir sind so tief mittlerweile. Wirklich, weil... Ich war ja... Hab ich eben auch schon erzählt, beim Live-Spügel bei Marc, ne? So, und da war so ein bisschen Diskussion. Und dann habe ich gesagt, ja, man muss auch ganz die Schuld bei sich suchen oder wir müssen die bei uns suchen. Wir dürfen nicht immer nur die Schuld bei anderen suchen. Der Moslem und auch der Islam hat an Glaubwürdigkeit leider verloren. Das ist einfach Fakt, wenn wir sehen, was abgeht. Und wir müssen die Schuld bei uns suchen und anfangen, wieder an Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Und das kann jeder, indem er anfängt, die Sachen umzusetzen. Und das Mindeste, was er machen kann erst mal, wenn du schon so nichts auf die Reihe kriegst, schade einfach keinem. Es gibt doch Hadith des Propheten, der sagt, Derjenige, der an Allah... Man kann er umhören, also wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, also wer an Allah glaubt, wer Iman hat und daran glaubt, dass er abgerechnet wird. Weil daran wird er erinnert, an diesem Hadith. Weil du wirst abgerechnet. Der soll Gutes sagen oder schweigen. Das heißt, machen wir Gutes oder machen gar nichts. Wir fangen, glaube ich, da wieder an. Wir fangen erst mal an. Erst mal kein Schaden. Kein Schaden. Das sind, glaube ich, sehr, sehr wichtige und gute Punkte, die ihr erwähnt habt, dass man sehr, sehr selbstkritisch sein muss, wie Omar gesagt hat, und bei sich selber anfangen muss. Weil oft neigen wir Menschen leider dazu, den Fehler immer woanders zu suchen, anstatt bei uns selbst. Ja, genau. Und wenn man ehrlich zu sich selber ist, ist es in den meisten Fällen, liegt das Problem bei einem selber irgendwo. Immer. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und vielleicht kurze Anekdote zu dem Benehmen, was ihr gesagt habt. Einmal kam ein Mann zu Imam Ahmed. Imam Ahmed war ein ganz bekannter Gelehrter in der früheren Zeit. Gehört zu den vielen großen Imamen der vier Madahib. Genau. Und der hatte sich über eine andere Person beschwert, die zwar sehr, sehr rechtschaffend war, aber nicht so einen hohen Status bezüglich des Wissens hatte. Das heißt, ein Abid war das, ne? Einer, der sehr viele Gottsanbeter, viele Anbetungstaten, Handlungen gehabt hat und so weiter. Er sagte dann folgendes, Maruf, also so hieß er, ist zwar sehr, sehr rechtschaffend, aber er hat nicht so einen hohen Status an Wissen wie du. Daraufhin antwortete Imam Ahmed ihn, indem er sagte, wehe dir und wird von dem Wissen überhaupt was anderes verlangt, außer den Status, den er erreicht hat. Rechtschaffenheit, Ehrlichkeit, dass er ein guter Mensch gewesen ist. Weil Wissen ist nicht einfach eine angesammelte Information. Auch in der, das ist mal so mein Steckenpferd, in der arabischen Morphologie, sagt man, hier redet man von Grundradikalen. Also das Wort Wissen besteht aus drei Buchstaben, Ayah, Lam und Mim. Genau. Arabische Wörter werden aus Wurzeln entnommen, von sogenannten, für die Leute, Grundradikalen, ja, Wortwurzeln. Ja, 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 aus Wurzeln, aus Werben. Also aus Werben, die haben entweder drei Buchstaben oder vier Buchstaben und daraus werden dann andere Wörter gemacht. Also der Podcast wird schon ein bisschen, ihr müsst euch konzentrieren. Genau. Ich muss mich auch jetzt konzentrieren. Es sind schon ein paar Wörter gefallen, wo ich jetzt am besten googeln würde. Ich habe es nur jetzt vereinfacht gesagt, dafür die Leute damit zu verstehen. Aber da war gerade ein Wort, Morphologie? Morphologie, also eine Wortform. Wortwissenschaften eigentlich. Wortwissenschaften eigentlich. Wortwissenschaften aufgebaut sind. Genau, so wie der Begriff für das Wissen aus den drei Buchstaben, Ayah, Lam und Mim besteht, besteht auch in der arabischen Sprache der Begriff des Handelns, des Tun, aus derselben Buchstaben. Aus derselben Buchstaben. Ayah, Mim, Lam. Genau, Amel. Wahnsinn. Das ist die Philosophie der arabischen Sprache, deutet darauf hin, dass wenn die gleiche Buchstaben vorhanden sind, immer eine Implikation oder eine Verbindung miteinander herrschen muss. Also man muss sich vorstellen, das ist wie A, B, C und das andere ist C, A, B. Genau. Und dadurch ist da eine Verbindung, dass da eine Verbindung zwischen den beiden herrscht. Also sein ist Wissen, das andere ist Handeln und Wissen. Genau, das ist Handeln. Das heißt, dass es immer direkt im Zusammenhang steht. Genau. Und man das nicht voneinander trennen kann. Das ist das. Und das ist genau das Wort. Man kann Wissen, also islamisches Wissen, oder auch generelles Wissen nicht von der Handlung trennen. Weil wenn du das wirklich weißt, dann machst du das auch. Und wenn wir, glaube ich, so in unserem Leben an Projekte rangehen, wenn wir wissen, dass was gut ist und das dann umsetzen, weil sonst ist das kein richtiges Wissen. Also Sprache drückt hier schon so eine Lebensphilosophie aus. Weißt du, was wir für ein Motto immer haben? Also im Unternehmertum, wenn du es einem Siebenjährigen nicht erklären kannst, hast du alles falsch gemacht. Du musst es neu machen. Also du musst es so gut drauf haben. Du musst es so wissen, dass du es auch einem Siebenjährigen, also so erklären kannst, dass er es auch versteht. Dann erst ist dieser Prozess, den du definiert hast, richtig. Ansonsten musst du es neu machen. Weißt du, warum? Sehr, sehr gut. Weißt du, warum? Weil erst wenn du die Fähigkeit hast, eine Sache so simpel runterzubrechen, hast du sie richtig verstanden. Genau, weil Sekedja unterrichtet ja auch privat in Arabisch. Wenn einer Privatunterricht schließt, aber der ist sehr teuer, kann ich direkt sagen, aber dafür gibt es Qualität. Du bist ja Rolls-Royce unter den Arabischlehrern, muss man ja sagen. Ist ja nicht schlimm. Nein, er meint, auf jeden Fall. Ja, aber da kann ich erst mal zu Ende reden. Okay. Ja, danke. Auf jeden Fall habe ich bei Sekedja gesehen, weil ich habe oft in seinen Unterrichten gesehen, der kann wirklich sich schnell anpassen. Anpassungsfähigkeit ist sowieso eine Eigenschaft, wenn einer erfolgreich werden will, der sich schnell anpassen kann. Der kann es wirklich einem Siebenjährigen beibringen, aber auch einem 30-Jährigen, aber auch jemanden, der vorbelastet ist, aber auch jemanden, der falsch gelernt hat. Also der kann da wirklich... Und das ist ein Indiz dafür, dass du diese Sache wirklich... Das habe ich ja auch schon mehrmals gesagt. Das ist wirklich eine sehr... Da ist so richtig... Ja, eine Stärke von dir. Danke dir. Das ist nicht mehr Talent, das kann man nicht. Also wie du das machst, das kann man nicht lernen. Ich glaube, der Faddle, also der Vorzug, der geht nicht zurück auf mich, sondern man hat... Ich habe jahrelang, wie du auch, einen Scheich gehabt. Dieser Mann war nicht nur ein Scheich. Ich sage, der war so wie ein Ersatz... Nicht nur natürlich Vater, aber eine Ersatzfigur, Ersatzvorbild, das man hatte im Studium. Man hatte jeden Tag mit dem zu tun und seine Weisheiten, seine Art und Weise, wie er beigebracht hat, war viel mehr wert, als allein nur das Beibringen. Also das, wie er mit uns umgegangen ist, wie er uns erzogen hat, umzugehen mit Koran, mit Lesen lernen, mit Rezitieren, mit Tejwid, mit diesen ganzen Sachen, war mehr wert, als der Tejwid selber in dem Sinne. Es war alles sehr viel wert. Aber er hat dir beigebracht, welchen Wert das hat. Er hat dir beigebracht, welchen Wert diese Sitzende hatte. Welchen Wert die Beziehung zwischen dir und ihm hat. Die Beziehung zwischen dir und deinen Mitschülern. Alles hat er dir beigebracht. Und dadurch hast du das gelebt. Und wenn du es über Jahre lang hinweg gelebt hast, das ist wie deine DNA geworden. Und ich denke, das ist auch ein Vorzug auf jeden Fall. Deshalb möge ich Subhanallah, der Sheikh Ahmed, der immer noch wahrscheinlich jetzt gerade im Haram sitzt und unterrichtet, möge es ihm auf jeden Fall die Kraft geben, noch weitere, viele Generationen beizubringen. Weil dieser Mann hat wirklich Studenten aus allen Teilen der Welt das beigebracht. Und mit seinen Schüler von Nordamerika bis nach Indonesien verteilt und bringen die gleiche Art und Weise. Und deshalb sage ich auch, Wissen kann nur, und das hast du ja auch selber gesagt, kann eigentlich nur von jemandem gegeben werden und genommen werden. Man kann nicht alleine einfach Wissen ansammeln. Das haben wir ja in einer Podcast-Fahrt. Da ist dieses Schüler-Lehrer-Modell. Es gibt Bereiche, die kannst du Informationen ansammeln, aber es gibt Bereiche, da brauchst du dieses Konzept des Lehrers und des Meisters und des Schülers. Brauchst du sonst, klappt das nicht. Und das ist auf jeden Fall ein Bereich, da brauchst du das. Und ich habe von ihm, wie gesagt, menschlich mehr gelernt, als ich von ihm wissenschaftlich gelernt habe. Okay, Sabic, zurück zu dir. Wir waren bei Wortwurzeln. Genau, Wissen und Handlung haben wir ja, glaube ich, schön abgeschlossen. Aber dann hast du dort studiert in Tunesien? Und dann? Wie lange warst du da? Ich will sowas dazu sagen. Ganz kurz zu dem Punkt, was du gesagt hast, zu der Lehrmethode beziehungsweise didaktik, nennt man das ja auch, wie man Dinge beibringt oder lernt. Auch didaktisch, genau. Genau, in der Rhetorik, tatsächlich gibt es auch eine goldene Regel, die sagt, also jeder Kontext hat seinen gewissen Spruch. Und ein guter Rhetoriker ist nicht unbedingt jemand, der viele Fachwörter kennt oder der so sophisticated irgendwas raussaubern kann, sondern jemand, der den Gegenüber erreicht. Im Arabischen heißt Rhetorik Belera, das bedeutet erreichen. Dass du mit deinen Worten das Herz des Gegenübers erreicht, den Verstand des Gegenübers erreicht, das ist ein guter Rhetoriker, ein guter Sprecher. Und das macht keinen Sinn, wenn du mit dem 15-Jährigen sprichst, als wenn das ein 40-Jähriger vor dir ist. Da müssen sich noch einige, sag ich mal, Prediger oder noch ein bisschen da, ein bisschen weiter aus... Also, ich glaube, jeder von uns kann sich auf jeden Fall irgendwo verbessern. Ja, aber Sekaria macht das wirklich gut, was du auch gerade erzählt hast. Er versteht die Zeit. Wenn wir schon gerade dabei sind, dich zu loben, auf jeden Fall, um dabei zu bleiben. Bald im Online-Shop, weil nicht fair sind. Sekaria hat auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Art, den Dingen, Leute, die Dinge beizubringen, eine gute Art. Er versteht die Zeit. Er macht sich die Mittel der Zeit so eigen, nutzt diese, um dem Gegenüber die Information, so gut es geht, zu transportieren. Und das ist es ja, abstrahieren. Man sagt, es ist nicht schwer, was schwer ist, in schweren Wörtern beizubringen. Sondern es ist, schwer ist es, die Kunst ist es, was schwer ist, so zu abstrahieren, also so leicht zu machen, dass man das dem Gegenüber auf dem Silbertablett sehr, deswegen Einstein sagte, glaube ich mal, nur derjenige, wie Omar eingänglich gesagt hat, der eine Sache sehr, sehr einfach erklären kann, der hat sie verstanden. Genau. Okay, dann, wir sind noch in deiner Geschichte, du warst in Tunesien, wie lange warst du in Tunesien, wie lange hast du da studiert? Insgesamt war ich zweieinhalb Jahre da. Du meinst ja eben, du bist ja auch Migrantenkind, ne? Genau. Aus Bremen. Aus Bremen, genau. Wie können wir uns das vorstellen? Hochhausviertel, Ghetto? Tatsächlich, ja. Ich bin am sozialen Brennpunkt aufgewachsen und wer Bremen kennt, Bremen wurde, ich habe das letztens noch gelesen, Bremen gehört zu den kriminellsten Städten Deutschlands. Ja? Ja, ja. Hab ich gar nichts auf dem Schirm. Hab ich auch nicht auf dem Schirm. Ja, doch, doch. Man hätte ja so, denkt eher Frankfurt, Berlin. Frankfurt, Berlin. Ja, aber also gehört zu den, also so, aber auch natürlich auf die Einwohnerzahl bezogen wahrscheinlich und auch das sozial schwächste Bundesland tatsächlich und das Interessante, seitdem ich in Bonn, also nach Bonn gezogen bin, nehme ich meine Tasche immer aus dem Auto raus, wenn ich aus dem Auto steige und die wundern sich immer, die sagen, warum nimmst du deine Tasche mit, lass sie doch im Auto. Ich sage so, nein, in Bremen lassen wir unsere Taschen nie in den Autos. Tatsächlich. Das ist echt so ein Instinkt, natürlich, weil da so viel eingebrochen wird in Autos und wenn die da irgendeine Tasche sehen. Sehr wie Holland, Holland ist auch so. Also wie sich das schon zu so einem Reflex entwickelt hat. Aber wie kann, also wir haben das schon mal hier thematisiert, mit Sekeria auch, weil Sekeria ist ja unser Akademiker, das muss man in jeder Podcast-Folge bitte erwähnen. Hör auf doch damit. Ja, der hat studiert und Abi gemacht und jetzt haben wir noch einen Abiturienten hier. So, aber du bist ja auch dann in so einem, sag ich mal, Migrantenviertel, wir nennen es einfach mal Ghetto, aufgewachsen. Ich glaube nicht, dass da jetzt typisch war, ein Abitur zu machen. Ich glaube nicht, dass dein Freundeskreis alle im Gymnasium waren. Aber Tunesien, muss man sagen, machen überdurchschnittlich viel Abitur. Unter den Migranten, das muss man denen schon lassen. Wie haben es deine Eltern geschafft, das ist ja im Endeffekt auch ein Verdienst deiner Eltern, dich geschafft davon zu isolieren und trotzdem, dass du halt, ja, deine Bildung oder dein Bildungsweg so gegangen bist. Sehr, sehr guter Punkt. Ein sehr, sehr guter Punkt. Und zwar ist es folgendermaßen, ich war tatsächlich, es gab einen Syrier in meiner Klasse, aber da war halt Chris, dein Vater war Oberarzt im Krankenhaus in Bremen. Typisch Syrer. Die meisten waren Deutsche tatsächlich. In meinem Alter halt, ich bin ja schon ein bisschen älter jetzt, da gab es wirklich kaum Ausländer, die Abitur gemacht haben. Deswegen frage ich ja. Was für ein Baujahr bist du? 86. Du bist ja ungefähr meine Zeit. Genau, auf jeden Fall, genau, also mein Vater war halt ein ganz normaler Gastarbeiter, hat auf der Werft gearbeitet, hat noch im Teppichladen gearbeitet, auch am Wochenende, genau. Und meine Mutter war halt Hausfrau und meine Mutter hat sehr, sehr viel Wert auf Bildung gelegt, tatsächlich. Sehr, sehr viel Wert. Hausmanagerin. Ja, sehr, sehr viel Wert auf Bildung gelegt. Das ist der Job, so nennt er, das ist der wichtigste Job der Welt. Das ist der wichtigste Job der Welt. Das ist der wichtigste Job der Welt. Also wirklich, ja, natürlich. Heute wird es manchmal so runtergerät, aber es ist so ein wichtiger Job. Das ist der wichtigste Job. Und wenn wir auch noch, meine Mutter, Allah, ist verstorben. Es ist wirklich, also auch finanziell hat meine Mutter mich ja auch über diese ganzen Jahre unterstützt. Das ist immer so. Also sie hat dir geholfen bei deinem Islamstudium. Also tausende von Euro hat sie in mich reingesteckt, wirklich auch was Bücher kaufen angeht und so weiter und so fort. Aber Masha, diese Frau, muss man sagen, die hat eine Sadaqa Jariya hinterlassen, MashaAllah. Also sie hat auch gesagt, so Bücher, es gibt keine Verschwendung bei Büchern, bei Wissen und so, weil das natürlich einen ideellen Wert hat. Das Buch hier ist auf jeden Fall eine Bosma, ein Abdruck von deiner Mutter, Inshallah. Inshallah, Inshallah. Auf jeden Fall. Das war auch so ein wichtiger Punkt. Also sehr, sehr große, große Stütze, ohne die das alles gar nicht möglich wäre, weil sie auf Wissen Wert gelegt hat, auf Bildung Wert gelegt hat. Und das mich auch natürlich irgendwo geprägt hat, weil man in diesem Zusammenhang halt ein sehr, sehr schönes Vorbild hatte. Und ja, das war halt so. Und natürlich, ich bin am sozialen Brennpunkt mehr oder weniger aufgewachsen, wo viele Gastarbeiter aufgewachsen sind. Und es war immer so eine kleine Schizophrenie zwischen irgendwelchen Schlägereien im Ghetto oder Stechereien auf der Straße oder Schießereien und dann die andere Welt halt sozusagen. Wie war das in der Schule? Ja, in der Schule war es halt so teils, teils kommt drauf an, auf welcher Schule man war. Ja, aber wenn du so, ja, du kennst so oft von der Straße, so dein Nachbar wird abgestochen, der andere wird so weggehauen und die anderen, die haben sowas noch nie in ihrem Leben gehört und so. Das war komisch auch schon manchmal. Wenn dann Leute aus der Schule bei mir zu Besuch waren und so und die kamen alle aus wirklich sehr, sehr noblen Vierteln teilweise und so ein Riesenhaus, wo die da, und das war schon ein bisschen komisch halt, weil da so zwei Welten aufeinander getroffen sind, aber es war im Endeffekt so, es ist so eine Charaktersache, ich bin gut mit denen klargekommen, die sind gut mit mir klargekommen, man hat auch voneinander profitiert und ich habe auch viel von denen gelernt und ja, das war halt so der Bruch, den ich dann... Darf ich mich fragen? Weil ich habe das ja auch durchgemacht, ein bisschen so ähnlich. Wie war das, als die mitbekommen haben, dass du angefangen hast, dich mehr mit Religion zu befassen? Weil du vorher warst ja ein normaler Typ, so wie die ganz normal wahrscheinlich. Natürlich, man hat immer seine islamische Identität, man hat gewisse Sachen nicht gemacht wie die oder man hat... Aber wenn man dann bewusster ist, ist man ja bewusster und dann erst seit ich schon mal jung ist, dann ist man ja auch noch ein bisschen enthusiastisch, dann lässt man sich schon vielleicht... Bestimmte Sachen... Zieht man sich anders an vielleicht noch und redet ein bisschen noch anders, weil man am Anfang noch ist und man denkt, dass gewisse Sachen unbedingt sein müssen, wie zum Beispiel mit Abaya rumlaufen manchmal und da war ja diese Zeit auch damals sehr, sehr bekannt. Wie ist das so bei den Leuten angekommen? Einmal hat mir einer... Ganz kurz... Einer hat mich einmal gesehen, ich hatte so eine arabische Hose an, damals bin ich mit arabischen Hosen rumgelaufen, war so eine Phase halt und dann sagt er, hör mal zu, Zakaria, sag ich, ja was? Zakaria, ne? Ja, ja. Er sagt zu mir, darf ich fragen, warum du mit einer Karatehose rumläufst? Das ist so zutreffend. Er war sehr gut, so habe ich im Moment so ein bisschen... Ja, Karatehose. Ja. Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich natürlich dann, als ich religiöser geworden bin, habe halt dann auch versucht, jeden zu konvertieren in meinem Umfeld. Ja, okay. Diskutieren und so, ne? Das kommen auf der guten Seite. Diskutieren, natürlich. Man ist überzeugt von der Sache. Also ich versuche heute noch teilweise, Leute auch zu konvertieren. Aber du versuchst nicht zu konvertieren. Du vermittelst die Botschaft des Islams. Das ist das, sage ich mal so. Ich habe es jetzt ein bisschen drastischer ausgedrückt, aber ja. Und es war halt... Natürlich, man hat das ein bisschen... Es ist ein bisschen was Fremdes gewesen für die Leute damals. Aber ich habe es denen auch immer versucht zu erklären. Ich bin wirklich auch tief in Gespräche mit dem Gegenüber eingegangen, weil ich ja auch glaube, dass Religion sehr, sehr plausibel ist, dass Religion sehr, sehr sinnhaft und sinnstiftend ist. Deswegen auch das Projekt. Sieht man ja auch an deinen Beiträgen sehr viel, ne? Genau. Und deswegen ist es mir aufgefallen, dass viele, viele Vorurteile durch Gespräche abgebaut werden können. Durch Kommunikation ist ein sehr, sehr großer Schlüssel. Kommunikation ist ein sehr, sehr großer Schlüssel für ein gutes Miteinander, ja. Aber diese Kommunikation... Vor allem vom Vorleben. Genau. Vorleben und Kommunikation. Aber was bei der Kommunikation auch was ich gemerkt habe, ist natürlich mit der richtigen Information, ne? Mit dem Vorleben natürlich. Du kannst ja nicht etwas kommunizieren, was du nicht umsetzt. Du kannst ja nicht etwas kommunizieren, nicht mit Leuten reden und die sehen genau das Gegenteil bei dir in deiner Handlung. Das geht ja sowieso nicht. Ja? Nimm mal ta'konuna, nimm mal la ta'f'alun, ne? So. Du kannst ja nicht etwas sagen, was du nicht tust. Ja. Aber... Das heißt, was wir eben gesagt haben, ne? Genau. Aber was auch wichtig ist mit der Kommunikation, viele gehen in Diskussionen rein, kommunizieren, aber leider ohne Basis. Das ist ja auch das Einfachste, was wir eben gesagt haben. Die Schuld bei allen anderen zu suchen und auch, ja, das Gesagte ist ja am einfachsten. Das Tun ist ja schwer, ne? Ja, aber auch das Gesagte, manchmal versuchen sie zu diskutieren, der hat gar keine richtige Ahnung und dann redet der irgendeinen Schwachsinn. Ja, aber deswegen redet der ja, weil jemand, der Ahnung hat, der viel liest, also viel belesen ist, viel lernt, der merkt eigentlich mit jedem Buch mehr, dass er gar keine Ahnung hat und deswegen hält er sich zurück. Ja. Und jemand, der sechs TikTok-Videos geguckt hat, das sind ja die Leute und von so Diskussionen musst du dich einfach nur fernhalten. Ja. Da hast du gar nichts von. Sehr wichtig. Immer nur reden, wenn man weiß. Okay. Ja, auf jeden Fall, man kann das so rundum abschließen, dass es halt in dem sozialen Brennpunkt, wo ich gelebt habe, sage ich mal, so eine Art Spannung gab zwischen dem halt, Aber Alhamdulillah, es ist vielleicht auch eine Message an viele Nordafrikaner, weil wir ja Nordafrikaner sind oder andere Migrantenkinder, dass wenn man, sage ich mal, den Weg gehen will, dass es immer eine Möglichkeit gibt und dass Wege da sind. Ich glaube, heutzutage sogar ist die Möglichkeit einfacher als damals, weil mittlerweile wir auch im Status, in der Gesellschaft gestiegen sind. Ja, du hast ja auch gewisse Leute, die den Weg gegangen sind. Früher war für uns, ich komme auch aus, genau aus hier im Bergheim, also im Bergheim ist das, Wohnpark auch ganz, ganz, für die Leute ganz, ganz schlimm, für mich also ganz cool gewesen. Da sind jetzt einfach viele den Weg gegangen. Weltmeister im Fußball, so Unternehmer, natürlich viele auch den anderen Weg, geschlossene Psychiatrie, Selbstmord, Gefängnis, Drogenabhängig, das heißt, die Kinder sehen jetzt auch von Negativbeispielen, was die Konsequenz ist, wenn ich mich auf diesen Weg, aber auch, jetzt hat da fast, glaube ich, jeder Abitur, das gab es zu unserer Zeit nicht, aber weil jetzt Leute wie Sachbe, Leute wie Sekedja diesen Weg gegangen sind, auch mit Auslandstudien, ich bin ja den anderen Weg gegangen, aber trotzdem nicht auch. Ich bin jetzt jetzt mal auf den akademischen Weg. Sehen jetzt einfach die Kinder, okay, das ist für uns auch greifbar, für uns war das nicht greifbar. Es gab keine Vorbilder, ne? Ne, es gab nicht schon keine Vorbilder, es wurde uns ja auch in jedem Satz gesagt, ich habe das ja schon mehrmals erzählt, als ich in die erste Klasse kam, in die Grundschule, haben die uns schon am ersten Tag gesagt, Sonderschule oder Hauptschule und hat uns an einen Ausländer-Tisch gesetzt, mit fünf Ausländern. Wie willst du jetzt als sechs, siebenjähriger, ne, siebenjähriger daran noch glauben, dass du was schaffen kannst? Und deine älteren Geschwistern waren ja wirklich auf der Sonderschule und Hauptschule. Da hast du immer gedacht, okay, das ist für uns, ne? Ja. Und dass alles andere Abitur, Doktor werden, das werden, erfolgreich werden, ist nicht für uns greifbar. Das ist dasselbe wie mit den Afroamerikanern in den USA eigentlich. So haben die das damals gemacht mit euch, ne? Ähnlich. Ja, genau so ähnlich. Und deswegen finde ich das einfach gut, auch jetzt für die Zuschauer, zuhörer, dass man hier an drei Beispielen sieht, das ist das, was Sahbih auch gerade sagen wollte, dass es trotzdem, egal in welchen Umständen, egal wo du bist, weil ich kenne wirklich von Akademikerfamilien, von Ärztefamilien, wo die Kinder dann am Ende leider auch komplett auf die schiefe Bahn und ich kenne andere fast obdachlos, nix gehabt, wo dann die Kinder Ärzte werden. Das ist immer dein, das kommt auf die Person selber an. Ich will immer sagen, dein Risk ist geschrieben, aber du musst schon was dafür tun und du musst auch deinen Risk holen gehen. Und das sind hier drei super Beispiele, woran siehst einfach, dass man das umsetzen kann. Genau. Das wollte ich nur dazu gesagt haben. Cool. Okay, Sahbih, dann hast du studiert und du bist dann nach Deutschland zurückgekommen. Wie bist du auf die Idee gekommen, sagen wir mal, dich in diese Arbeit zu versetzen? Was sind deine Motive gewesen? Weil studieren, okay, gut, schön und gut, aber warum macht man dann Projekte und geht in diese Arbeit rein und macht sich die Mühen, sage ich mal? Genau, und da vielleicht kann ich da auch ansetzen, wo was Omar gerade gesagt hat und das dann miteinander verbinden, weil das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, weil ich halt genau diese Erfahrung, die Omar gerade geschildert hat, mehr oder weniger auch gespürt habe. Ja. Und ich habe verstanden, dass man auch irgendwie das, was man aus der Gesellschaft, aus der Community bekommen hat, auch irgendwie zurückgeben will. Also als ich mich natürlich intensiver mit diesen Inhalten beschäftigt habe, angefangen habe zu schreiben, ist dann ein Bruder auf mich aufmerksam geworden, der meinte, du musst das professioneller tun. Und dann haben wir... Was hast du geschrieben? Einfach für dich geschrieben? Nein, ich habe einfach so Blogartikel geschrieben. Ja, wo? Auf dem Internet und auf meiner Facebook-Seite. Also du bist... Du schon... Facebook hast schon angefangen. Ja, genau, genau. Damals war halt Facebook. Das ist aber schon lange her, oder hast du schon bei MySpace angefangen? In MySpace nicht. Nein. Auf jeden Fall... ICQ. Habe ich dann geschrieben, wollte halt einiges von dem, was ich erworben habe, beziehungsweise auch in Moscheegemeinden oder in muslimischen Gesellschaften sozusagen... Teilen. Alles teilen sozusagen. Das ist halt ganz organisch, höre ich mal, ist immer größer geworden, ein bisschen professionalisiert die Sachen, ein bisschen Struktur ist da hinzugekommen. Und die Initiierung war eigentlich, als ich zurückgekommen bin in meinen sozialen Brennpunkten sozusagen auch, festgestellt habe, damals war das, glaube ich, dass im Internet so viel sehr, sehr anti-islamische Propaganda stattgefunden hat und die viel gegen den Islam geredet haben. Welche Zeit reden wir hier so? Ja, weiß ich nicht genau, aber... So Syrien-Zeit, Arabische Frühling-Zeit. Ja, also generell. Diese Phänomene sind ja immer so... Genau, aber es gibt immer ein bisschen hohe... 2001 hat so diese Phase, bis 2003 war richtig stark. Ja, also ich muss mal sagen, die Leistung ist immer konstant stark. Das ist ein guter Punkt. Aber es gibt immer Peaks. Es gibt immer Peaks. Ja, ja. Aber auf jeden Fall generell. Generell und dann habe ich halt... Die wussten halt, dass ich, sage ich mal, islamisch eine gewisse Bildung genossen habe und sind dann viele auf mich zugekommen und haben mir dann immer per WhatsApp oder per Internet geschrieben oder angerufen. Und dann dachte ich, das geht so nicht weiter. Ich kann ja nicht so... Ich muss meine Zeit irgendwie optimieren. Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie irgendwelche Leute... Fragen beantworten. Fragen beantworten oder Anrufe annehmen. Das kennen wir irgendwoher auch mal. Bei mir musst du noch Paypal schicken. Ich muss die Sache umdrehen. Das Problem, was ich festgestellt habe, dass die Leute keine richtigen Glauben haben, keine richtigen Überzeugungen haben, kein, sage ich mal, auch nicht, was die, sage ich mal, so ein bisschen intellektuell reizt. Was sie fest auch? Was sie fest macht. Dann habe ich einfach gedacht, hey, das Problem ist alles ein Fehler. Der Fehler hier liegt, dass sie... Nicht, dass sie diese ganzen Scheinargumente oder welche Kritik haben, sondern dass sie nicht richtig glauben oder dass sie vom Verstand nicht richtig glauben und habe sozusagen mit dem Projekt angefangen und das intensiviert und den Leuten... Du bist an die Wurzel gegangen. An die Wurzel gegangen. Einfach umgedreht den Spieß. Sehr gut. Ihr sagt mir, ich sage euch, was richtig ist. Und dann haben sich auch tatsächlich viele Probleme gelöst, weil die Leute auch durch Wissen ein Selbstbewusstsein erlangen, durch Wissen mündig werden. Ich meine, das erste Wort, was im Korinan offenbart wurde, war lies. Also, bilde dich. Das ist ein ganz, ganz starker Faktor gewesen. Und der hat sich dann immer so ausgebaut und gar nicht größer geworden mit Lichtferse. Sehr schön. Lichtferse, wie bist du auf den Namen gekommen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Bevor du dazu kommst, weil das ist wichtig. Als du damit angefangen hast, und dann sagst du ja gerade ganz gut, du hast den Spieß dann umgedreht, bist du dann auf Kritik in der Community gestoßen? Auf Ablehnung? Auf, auf, ähm, ja. Also, man kennt das ja, das Erste, was kommt, ist eigentlich immer aus den eigenen Reihen. Wird erstmal jetzt auf, auf unser normales Deutsch geschossen. Ja. War das bei dir auch so? Also, dass du bei den traditionellen, ich meine, Institutionen oder Einrichtungen erstmal auf Kritik gestoßen bist? Also, ich muss tatsächlich sagen, ich habe schon ein bisschen Kritik bekommen, weil das, weil das ja noch relativ neu war. Das meine ich ja damit. Alles, was man neu bringt. Oder ich habe nur Dings, gemacht, 2012 Konzept für Halal-Burger geschrieben. Ich will nur Burger anbieten für Halal, habe ich auf Kritik gestoßen. Auch bei unseren Leuten. Ich weiß heute nicht. Du wolltest den Leuten was erleichtern, und die machen... Ja, ich habe den Bedarf im Markt erkannt, und habe gesagt, okay, wenn es kein anderer macht, dann machen wir es halt. Ist doch kein Problem. Hauptsache, die Leute können Halal-Burger essen, müssen nicht zu McDonalds oder sonst wohin. Ja, und das Erste, was kommt, ist halt Kritik von den eigenen Reihen. Ja. Also, Kritiker wird es, glaube ich, immer geben, das ist vielleicht auch sogar ein Indiz, das wollte ich gerade sagen, dass man was schafft. Man sagt ja auch, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Und, ja, also, okay, er hat sich im Rahmen gehalten, muss ich sagen, er hat sich relativ im Rahmen gehalten, aber es gab immer Skeptiker und Leute, die sagen, hey, was ist das und das und das. Aber später, als es dann, sag ich mal, ein gewisses Volumen angenommen hat, viele Leute damit, so, ne, dass viele Leute angesprochen hat, abgeholt hat, dann sind die Kritiker leiser geworden, weil sie einfach den Erfolg hinter der Sache gesehen haben. Das ist immer der selbe Kreis. Ja, ja. Am Ende sagen, ja, wir haben ja schon von Anfang an gesagt. Sunnah Allah. Sag alles anders. Das sind Allah's Sunnah. Das sind die sogenannten Sunnah, die Allah. Gesetzmäßigkeiten. Ja, Gesetzmäßigkeiten, die Allah gegeben hat auf dieser Welt, die einfach immer gleich sind, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Alles hat einen Gegenspieler. Und eins kann ich euch sagen, wenn ihr erfolgreich werdet, egal in was, der Gegenspieler ist immer Neid, Missgunst, Kritik, Ablehnung. Das ist, alles hat einen Gegenspieler. Ob bei uns in den Hormonhaushalten, egal was, ist immer Gegenspieler. Hast du viel Positiv, hast du das, Kortisol. Hast du so, immer Gegenspieler. Und auch die ganze Erde funktioniert so. Und genau so ist das auch im Unternehmertum. Umso mehr die dir nachmachen, umso mehr du kritisiert wirst. Der Prophet, da gibt es eine gute Überlieferung, das beschreibt das an. Als der in Medina war und hat ganz Medina beobachtet und hat gesehen, okay, die Juden damals, die haben die Märkte beherrscht, die haben alles, was da ist, beherrscht. Dann ist er zurück zu den Sahabern und hat gesagt, guck mal, wir müssen genau das machen, was die machen. Also eigene Märkte haben, eigene Dings. Und dann haben die das umgesetzt und wurden, der Markt war erfolgreich. Dann haben natürlich die, damals, die die Märkte beherrscht haben, dagegen geschossen. Kritisiert, beworfen, sogar bisbespuckt. Und dann sind die alle hingegangen und haben sich beim Propheten praktisch beschwert und gefragt, was man jetzt machen kann. Weil die haben ja nicht von ihren Emotionen sich leiten lassen, weil die keine Fehler machen wollten. Und hat der Prophet, Sallallahu al-Alaikum, hat sich das angehört, hat gesagt, sehr gut, wir sind auf dem richtigen Weg, weitermachen. Weißt du? Und das ist heute genauso. Wenn diese Ablehnung, Kritik, das muss immer im Kopf sein. Erstens, mit der Erschwernis, nicht nach der Erschwernis, sondern mit der Erschwernis kommt die Erleichterung. Das heißt, danach zündet die Rakete. Da bleib bleiben, wenn es gerade Prügel gibt, ich sage sowieso, man kann immer nur wachsen, da wo es wehtut. Dann geht es wieder aufrecht. Und das muss man halt den Leuten sagen, weil viele hören dann auf. Okay, wenn eh mich keiner mag, wenn es eh keiner will, wenn eh da keiner das Produkt mag, ich habe eh keinen Aufruf, ich kriege eh keine Likes, dann lasse ich das lieber. Nein, nein, jetzt bist du genau richtig. Jetzt zündet die Rakete. Genau. Sehr, sehr guter Punkt. du hast gerade einen schönen Spruch gesagt, und zwar, da wo es wehtut, da wächst. Genau. Jetzt machen wir ein paar Kalendersprüche. Und außerhalb von der Komfortzone ist Wachstum. Kommen wir in die Wachstumszone. Kommen wir zu dem Namen Lichtferse. Genau. Der ist ein schöner Name. Sehr schön. Wie bist du drauf gekommen? Also ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, wie ich das Projekt nun nenne, tatsächlich. Und natürlich Verse naheliegend, weil ich mich mit den koranischen Versen, mit der Sprache, mit der Rhetorik und so weiter beschäftigt habe. Und Licht, und das erzähle ich glaube ich zum ersten Mal irgendwo, sehr gut. warum ich Lichtferse heiße. Das ist natürlich bei uns. Ja. Auf jeden Fall Licht war, weil, ich habe euch ja eingänglich erzählt, dass ich hier in Europa aufgewachsen bin und ich war, sag ich mal, ich hatte schon immer so eine historisch-philosophische Affinität, also so einen Bezug dazu, ein Interesse daran. und oft hatte ich nicht so, was ich richtig greifen kann, was ist denn nun richtig, was ist falsch und gerade, wenn man hier aufgewachsen ist, man hat keinen richtigen Leitfaden, man sieht Dinge nicht richtig. Genau, man ist so verdunkelt. Man ist verdunkelt irgendwie, man sucht moralisch, zum Beispiel habe ich oft über den Tod gelesen, bei Heidegger, bei Hegel und anderen großen europäischen Philosophen und ich hatte nicht so ein richtiges, natürlich war ich Muslim, Alhamdulillah, aber dieser intellektuelle, geistige Zugang hat so ein bisschen gefehlt und als ich mich dann mit der Religion auseinandergesetzt habe oder mit dem Koran auseinandergesetzt habe, war das wie so ein Licht, das ins Dunkle kam, weil wenn wir, Allah sagt ja auch im Koran, dass er derjenige ist, der er erschaffen hat und er ist der Latif Al-Khabir, also der Allkundige, der Allweise sozusagen und dass er natürlich besser um die Natur des Menschen kennt, und weiß, was für ihn richtig ist und weiß, wie Dinge sein sollen und wie Dinge sind und deswegen diese Parabel des Lichtes war sehr, sehr zutreffend für mich und deswegen habe ich das Projekt Lichtverse genannt. Super Name. Du hast gerade ein bisschen kurz gehört. Ganz kurz noch was zum Namen. Ich dachte eher, dass du das gemacht hast wegen dem Lichtvers, wegen dem Allahunur Samawati wal Ard. Das habe ich mit berücksichtigt und auch mit aufgenommen, also habe ich so eine Synergie zwischen dem Lichtvers erschaffen, weil der Lichtvers, das ja sozusagen wiedergibt. Genau, das erklärt. Genau, der Lichtvers, es gab mal einen pakistanischen Arzt, der hieß Dr. Ahmad Israr, der war Arzt und Islamwissenschaftler, er hat mal auf einem Kongress in Paris über Philosophie alle Philosophen mit diesem Lichtvers totdebattiert, weil Gott, was heißt denn, dass Gott das Licht der Himmel und Erde ist? Dass er sie erleuchtet. Er leuchtet. Also die Korankommentatoren, die frühesten Korankommentatoren sagen, es bedeutet, dass er die Himmel und die Erde erleuchtet, was so hingehend bedeutet, dass er der Sinngeber dieses ganzen Kosmos ist, dass ohne ihn nichts wäre, ohne ihn kein Sinn wäre, ohne ihn kein Sinn wäre, kein Licht, keine Bedeutung eigentlich da wäre, weil er die ultimative Bedeutung ist. Das fesselt einen auch irgendwie diese Bedeutung. Die Quelle und den Gedankengang, wie du auf den Namen gekommen bist, ich habe ja Mediengestalter gelernt, ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Genau, und das ist auch immer so eine, wenn dann für Firmen oder ich für Leute, dann wenn die ein Logo haben wollen oder Namen für ihre Firmen oder für ihre Ideen, das sind dann immer so Gedanken Dinge, die man dann hat, als wenn man was Originelles, was Gutes machen will. Genau. Auch unsere Logos hat, auch das Logo für uns, für unseren Podcast, hat auch mal auch selbst alles gemacht, genau. Ja, und dann überlegt man halt lange. Manchmal ist es halt immer der erste Gedanke, aber man denkt manchmal, was so einfach, zu einfach ist, nee, da musst du ein bisschen mehr und dann verliert man halt sehr, sehr viel Zeit als kreativer Mensch und kommt am Ende wieder auf den Namen, der am Anfang einfach, ja, und ich finde den allein aus grafisch, technischer Sicht, also jetzt aus der Sicht eines Grafikers, weil ich bin ja in Print und Design, habe ich gelernt, finde ich das Logo sehr, sehr gut. Das bleibt im Kopf, ist einfach und der Name hat was. Ausdruck ist stark. Also genau, für mich war wichtig, dass der Name auch die Philosophie mehr oder weniger wiedergibt, beziehungsweise das, was ich hinter dem Projekt gefühlt habe und erlebt habe, also dass ich Licht in meinem Leben bekommen habe, Verständnis in meinem Leben bekommen habe, wie ich gewisse Dinge sehen soll, was richtig ist, was falsch ist, dass das in dem Namen, sage ich mal, zum Ausdruck kommt, das war für mich relativ wichtig. Also du bist ja so gesehen Content Creator und, sage ich mal, Schriftsteller, Islam Content Creator und da ist jetzt so eine Sache, die natürlich mir auffällt und auch vielen sicherlich auch anderen auffällt, ist, dein Content geht ja komplett in eine andere Richtung als, sage ich mal, der Großteil der Islam Content Creator in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, wo halt der Content viel darauf basiert, Halal Haram Content und, sage ich mal, Schwarz-Weiß-Denken-Content und so weiter. Also, warum ist dein Content so anders? Also, ich kann da vielleicht auch mal wieder ein bisschen aus Erfahrung sprechen. Bei mir war es so, vielleicht kennt jeder von uns, wenn wir anfangen zu praktizieren, sind so vielleicht so emotionale Videos oder emotionale Predigten, was jemandem in dem Moment so einen Push gibt, worauf man dann, ja, man fühlt sich so im Herzen getriggert, man bekommt so eine Welle, so eine Flut an Emotionen und dann schwappt das wieder ab, so wie mit irgendwie so einem Dopamin-Kick auf religiös, ne? Und das hatten wir, glaube ich, alle irgendwo und natürlich, die Spiritualität ist sehr, sehr wichtig, das soll jetzt nicht mindern, ganz im Gegenteil, nur wollte ich den Faktor des Verstandes mit einbeziehen, weil die Religion ja auch sehr, sehr verstandsbedacht ist. Aber der rationale Verstand wird im Koran 1600 Mal angesprochen. Allah ruft immer wieder dazu auf, in der Umgebung nachzudenken, dass wir Menschen Liebe empfinden können, dass dieser Himmel nicht umsonst geschaffen worden ist. Schauen Sie nicht zum Kamel, wie es erschaffen wurde und die Himmel, wie sie im Po erhoben worden sind. Viele solcher Ayat. Viele solcher Verse, also die sich um den Kosmos drehen und dass der Mensch nachdenken soll und durch dieses Nachdenken halt ein emotionales, spirituelles Erlebnis erleben soll, sozusagen. Und ich wollte das halt einfach zusammenbringen, weil ich gefühlt habe, dass es sehr, sehr viel um Halal und Haram geht und sehr so um kurze Motivations-Pushes. Aber die Religion ist ja gesamtheitlich, also ganzheitlich, dass wir auch viel nachdenken und dadurch auch einen reiferen, mündigeren, sagt man, Glauben entwickeln, dass wir so stabile Muslime werden, die mit Verstand und mit Herz an die Sache reingehen. Das war für mich, das ist immer noch meine Philosophie, dass ich das an die Muslime raustrage, dass wir Verstand und Seele und gutem Charakter und all in dieser Kombination vorangehen. Ich sage das ja auch, ich sage, reicht jetzt langsam, dass wir auf dieser Stufe immer dieselbe Stufe bleiben, diesen sogenannten Emotions-Push, Halal Haram und das war es dann und das sind dann die Muslime. Weil wir haben gesehen, es hat jetzt nachhaltig, natürlich ein paar Leute sind zurückgekommen, aber nachhaltig ist da nicht viel, sage ich mal, übrig geblieben. Oma, kannst du mir auch bestimmt auch da zustimmen, dass da... Also ich sage mir auch mal, das ist auch eine Frage, die ich an Zahvi habe, aber auch an dich gleichzeitig, ist, also früher war ja der allgemein auch unter den großen Rechtsschulen oder auch unter den Gelehrten war es ja immer ein Wettkampf der Plausibilität. Was ist am plausibelsten? Ja. So waren natürlich immer die, die großen Gelehrten oder allgemein, sag ich mal, die sich mit der Religion oder mit dem Islam beschäftigt haben. Das war ein Niveau und ich finde einfach, dass wir mittlerweile, und deswegen haben wir dieses Problem, was ihr gerade beschrieben habt, dass wir mittlerweile ein Niveau erreicht haben, dass die rankommen. Das heißt, damals war das Niveau so hoch bei den ganzen Gelehrten, dass diese, ob sie jetzt irgendwelche, sage ich mal, aus der radikalen Ecke, ob sie jetzt irgendwelche, die Betrug damit machen wollen oder, oder, oder auch. Das war einfach, die waren so tief im Niveau und das andere war so hoch, dass man die nicht wahrgenommen hat. Und wir sind mittlerweile in der Zeit angekommen, dass das irgendwo gleich ist. Das heißt, da sage ich wieder, wir müssen die Schuld bei uns suchen, nicht bei anderen Leuten, wir müssen das Niveau wieder hochfahren, dass diese Leute gar nicht da rankommen, sodass die merken, und Sahbim mit seinem Projekt, deswegen habe ich es ja auch zu Beginn gesagt, warum ich davon so beeindruckt bin, ist einfach, weil die Messlatte auch schon so hoch, also so in einem Bereich liegt von der Rhetorik, dass du nachdenken musst, dass du einen Satz zweimal lesen musst, dass du vielleicht googeln musst, dass du fragen musst, ey, was heißt das überhaupt? Und dass du überhaupt denkst, das Wort heißt so viel, die Wortwurzel ist so und so, aus einer Ehe kannst du sowas rausziehen, wie geht das denn? Und da müssen wir wieder hinkommen. Weißt du? Deshalb mache ich zum Beispiel auch meine Storys, mache ich keine Videos. Das hat einen ganz gewissen Grund. Ich schreibe Texte. Warum? Die Leute sind schon so leider, auf so ein Niveau angekommen, dass sie sie nicht mal schaffen, fünf Sätze oder sechs Sätze zu lesen, kurz zu stoppen und kurz was zu lesen. Also, lesen ist schon fremd geworden, nur ein bisschen was zu lesen. Und ich versuche das auch, das ist bei dir sowieso viel mehr als bei mir. Ja, bei Samy ist schon mal eine andere Stufe noch. Und, dass man anfängt, wieder zurückzugehen. Und ich sage immer wieder dieses Wort, intellektuell soll das neue cool werden. Das heißt, intellektuell, man soll sich mehr, wir sollen eine neue Stufe versuchen zu erreichen. Nicht mehr sorry, dass ich es benutze, aber weg von diesem Shisha-Bar-Muslim. Weißt du, das ist, sorry, ich will niemandem nahe treten, aber das ist so dieses. Aber es ist nicht nur da. Es ist nicht nur auf dieser Ebene. Ich habe die Ebene auch bei, sagen wir mal so. Bei intellektuellen, nicht vermeintlichen. Nicht intellektuellen, bei Praktizierenden, also bei Jamaat gesehen. Ja. Dass diese einfache, okay, das muss ich machen, da bin ich auf dem richtigen Weg und das Rest ist alles falsch. Genau. So, das reicht denen dann. So, und dann beziehen die sich auch nur auf diesen einen Teil und versuchen halt in der Ibadah, also wie Gebet und so. Aber, wenn wir mal gucken, auch islamtechnisch, Sahbih, ist ja nichts zum Selbstzweck. Alles ist eigentlich nur Mittel zum Zweck, aus uns bessere Menschen zu machen. Weißt du? Ob Gebet, ob Alkohol ist verboten, weil das schützt den Verstand, das Bewusstsein. Diebstahl schützt Eigentum, Sena schützt die Familie, weißt du? Das kann ich ja die ganze Zeit sagen. Das Verbot von Sena, das Verbot von Diebstahl. Sena, also dass du Sena, das Verbot schützt, genau. Genau. Unehrlicher Schlechtsverkehr. Schlechtsverkehr, das schützt die Familie oder Töten schützt das Leben. Und wir sagten den Kindern Israel schon, wer von euch eine Menschenseele tötet, ihr solltet, die ganze Menschheit töten und wer eine Menschenseele rettet, ihr solltet, die ganze Menschen. Also, egal wo ich reingeguckt habe, also die letzten Jahre und immer wieder, deswegen bin ich ja auch bei meinen, wenn ich meinen Vortrag halte, gehe ich ja immer viel auf Eigenschaften, weil es gibt nichts zum Selbstzweck. Alles ist nur Mittel zum Zweck, aus uns gute Menschen zu machen, um hier gut auch zu leben. Ja, und das müssen auch die Muslime verstehen. Und die Gelehrten sagen, dein Gebet ist ein Spiegelbild deines Charakters. Das heißt, wenn du betest und machst alles super, aber du bist immer noch aggressiv oder mit deinen Mitmenschen gehst du nicht gut um, sagen die, ist das ein Zeichen dafür, dass deine Gebete nicht angenommen werden. Und darüber sollten sich mal alle Gedanken machen. Ja, die Sache ist die, auch wie du auch sagst, und ich glaube, der Sache kann auch vielleicht was sagen, oder kannst du vielleicht auch ein bisschen mitteilen. Du machst ja diesen Content, sag ich mal, für Leute, die eher lesen, verstehen, nachdenken, also den, wo man nicht den Verstand abschalten will und nur Emotionen machen möchte, weil, das ist ja das Problem, mir hat einer mal geschrieben und das ist auch sehr interessant. Er sagt, Bruder, nimm mir das nicht böse, sagt er, aber wenn du inhaltliche Sachen machst, wo man viel nachdenken muss, schaltet bei mir direkt der Kopf ab. Ich brauche Emotionen. So schreibt er zu mir. Und da sage ich, ja Bruder, aber ich bin nicht dafür da, um Leute, ich könnte in einem Vortrag dich zum Weinen bringen, dann zum Lachen bringen und danach, wie heißt das, und dann motiviert rausgeht. Aber das ist nicht der Sinn. Wie siehst du das? Was ist das Feedback bitte von der Community? Also ich will vielleicht auf drei Punkte eingehen vielleicht. Ja. Also eine Sache will ich erzählen mit Abu'ala al-Ma'arri, einem Dichter, dann ein Vers aus Sura Nummer 7 und anfangen möchte ich mit, es gibt einen schönen Spruch, was die Gelehrten immer sagen und zwar sagen sie, Ummat Iqra, La Taqra. Die Gemeinschaft, also wir sind die Ummah, also die Gemeinschaft der Muslime, welches mit liest, deren Offenbarung mit liest anfing, die aber nicht liest. Weil das, was du gerade beschreibst, der KD, das passiert mir auch oft, die sagen, mach mal einen kürzeren Clip, mach mal ein paar Slides weniger. Also ich komprimiere schon wirklich Inhalte, die fünf auf sechs, sieben PDF-Seiten sind auf, ich gebe denen, sage ich mal, die Kirche der Kirche. Ich kenne das selber. Ich drücke das so runter, das ist für die Leute immer noch zu viel, aber wir müssen uns wieder daran gewöhnen, nicht so lesen. Wir müssen wieder eine Ummah, eine Gemeinschaft der Bildung werden. Das, was Romare gerade angesprochen hat, ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt aus pädagogischer Sicht. Wir können uns nur aufraffen und auch in der islamischen Geschichte, wie du weißt, als die Muslime wieder gebildeter geworden sind, dann kam auch politischer, dann kam auch gesellschaftlicher Erfolg. Aber dem voraus ging was? Dem voraus ging Wissen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gab mal einen Dichter, Abu'ala al-Ma'arri, hieß ja ein ganz, ganz bekannter Dichter in der früheren islamischen Zeit, der war blind. Und eines Tages ist er in einen Wissenszirkel reingegangen und ist jemandem auf den Fuß getreten. Und dann sagte derjenige, wer ist dieser Hund, der mir auf den Fuß getreten ist? Dann sagte Abu'ala al-Ma'arri, der große Dichter, zu ihm, der Hund ist derjenige, der für den Hund nicht 70 Namen kennt. Also wie gebildet die Leute waren und was für Synonyme. Man muss eins wissen, nur für die Leute, die das nicht ganz verstehen, die arabische Sprache ist so wortreich, dass es für bestimmte Begriffe mehrere Synonyme gibt. Das heißt, eine Sache hat mehrere Namen. Und das hat nicht damit zu tun, dass es einfach mehrere Namen hat, sondern zum Beispiel beim Löwen, kann man das kurz gut erklären, zum Beispiel der mutige Löwe oder der wilde Löwe und so weiter und so fort. Da gibt es zum Beispiel Esed für Löwe, es gibt Leith, es gibt Haidara, es gibt Usama, es gibt viele verschiedene Worte. Aber jedes Wort hat einen bestimmten Zustand oder eine bestimmte Art von Löwen, die sie beschreibt. Und hier hat jemand, hat er gesagt, hat den so gesehen abgezogen, indem er ihnen gesagt hat, ich bin jemand, der weiß in der arabischen Sprache, was das Wort Hund 70 andere Bezeichnungen davon noch hat. Und sozusagen, was du gerade gesagt hast, intellektuell ist das neue Kohle. Also Wissen ist Stärke, Wissen ist Macht, hören wir ja auch oft. Und die arabische Sprache, die Araber waren ja so, dass sie zum Beispiel, wenn sie einen Gegenstand wahrgenommen haben, sehr, sehr punktuell waren. Sie haben mehrere hunderte Namen für den Hund, 200 Namen für die Schlange, weil sie ihrer Umwelt sehr, sehr bewusst gegenübergetreten sind, einen großen Wortschatz hatten und Dinge dementsprechend benennen können und mit einer anderen Selbsthaltung und einem anderen Bewusstsein in diese Dinge reingegangen sind. Die waren zum Beispiel keine krassen Philosophen vor islamischer Zeit, aber dafür eine sehr sprachlastige Gesellschaft. Ist aber normal, weil auch die Umwelt das so gebracht hat. Du hast halt Wüste, du hast Himmel und womit musst du dich beschäftigen? Du hast keine Unterhaltung. Die Hauptunterhaltung war dann deine Zunge, deine Sprache, also Dichtung. Genau, genau. Und das ist ja dieser Anreiz, dass wir Muslime wieder da hinkommen zu unseren Vorgängern sozusagen. Also zu der Tradition. Man denkt ja oft, traditionell ist alt, aber traditionell ist eigentlich cool. Warum? Weil Tradition ist eine Sache, dass man feststellt, dass sich in der Geschichte Gesetzmäßigkeiten, die funktionieren, etabliert haben. Ist eigentlich höchst wissenschaftlich. Heute sagt man, wenn wir empirisch irgendwas wahrnehmen, also durchaus probieren, wenn das so ist, dann ist das so, dann ist das richtig. Also ist Tradition eigentlich sehr, sehr modern. Tradition ist eigentlich eine Schablone, die vor 1400 Jahren funktioniert hat, vor 700 Jahren funktioniert hat und auch heute funktioniert, so gesehen. Und das ist der Punkt und das, was Omar gerade angesprochen hat, wir müssen wieder, also als Muslime, als muslimische Gemeinschaft, gerade hier im deutschsprachigen Raum, wieder diesen Anspruch haben an uns selber. Ja, ich finde Intellektualität und ich finde auch, wie du sagst, traditionell, weil wir haben auch leider, die Leute denken, die müssen fremde Systeme nehmen, fremde Systeme nehmen und auch auf uns Muslime umsetzen, damit es funktioniert, weil wir diesen Minderwertigkeitskomplex haben. Ja, guck mal, die letzten 200 Jahre, 300 Jahre, wir sind so schwach gewesen, wir müssen von anderen nehmen. Natürlich, wir nehmen das Gute und dann lassen das Schlechte, aber lasst uns doch erst mal das wieder beleben, was bei uns ja schon mal funktioniert hat, dieses, was du immer sagst, auf Werkseinstellungen, ne? Auf Werkseinstellungen, ja, zurückstellen, richtig. Und darauf alles aufbauen. Ja, deswegen, Sachmir, deswegen finden wir das gut oder finde ich auch persönlich das gut und mich, muss ich auch ganz klar sagen, mich fordert das. Ne? Also, wenn ich mich mit deinen Sachen beschäftige, das fordert und fördert mich und ich finde es halt gut, ne? Ansonsten, also, dazu vielleicht, Genau, vielleicht hast du noch ein paar Feedbacks auch von deiner Community, die haben wir noch nicht ganz gemacht. Witzigerweise wollte ich das gerade sagen, ich war zum Beispiel letztes Mal in der Hochschule Düsseldorf, hatte ich einen Vortrag sozusagen und da kam einer zu mir nach dem Vortrag zu mir und sagte zu mir, weißt du was, du benutzt manchmal schwierige Wörter, das demotiviert mich anfangs und danach google ich das und dann bin ich froh, dass ich ein neues Wort gelernt habe und genau diesen Impuls will ich sozusagen bei dem Leser auslösen. Natürlich, wenn du gewisse Reibungspunkte hast, wenn du ein gewisses Problem hast, daran wächst du und Omar hat eingänglich gesagt, ein Schmerz wächst man. Richtig. Wie soll man denn wachsen, wenn man nicht irgendeine Hürde hat, irgendeine Challenge? Mensch, ich kann auch von mir reden, als ich 2019 war, ich hätte diese Texte vielleicht, die ich heute schreibe, selber gar nicht lesen können oder geschweige denn schreiben können. Ist das so, aber du hast ja trotzdem eine Community aufgebaut, das heißt also, der Bedarf ist trotzdem da. Es ist ja nicht so, dass du die riesengroße Reichweite hast, aber bei dir kann man sagen, dass du so eine Qualitätscommunity hast, oder? Ja, auf jeden Fall sind halt, also die meisten sind halt, muss ich es auch sagen, weil wenn ich das so in den Statistiken sehe, sind so 75 Prozent sind über 25, 26. Also schon älter. Äh, etwas älter. Älter, okay. Das ist das Alter, aber Alter besagt ja nicht, dass jemand schon mal... Aber, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch viele Jüngere, zum Beispiel war letzte Woche, vorletzte Woche in München und da mitten irgendwo in München aus dem Dorf kommt dann wirklich so ein Bayerle, der sich 18 Jahre, 19 Jahre jung und sich sehr freut darüber, über die Beiträge und mir dankt und so. Das ist natürlich auch so ein schöner Moment, dass auch viele jüngere Berührungspunkte mit den Texten haben. Okay. Das ist auch ein wichtiges Ziel von mir. Okay. Und die, die dann auch folgen, du weißt ja ungefähr, die schreiben dich ja an, die sagen ja, was die so machen. Was hast du für Erfahrungen, was für Leute, aus welcher Gesellschaftskreisen sind das so? Also es ist querbeet eigentlich. Also man kann das vielleicht nicht so festmachen, natürlich vielleicht mehr, also natürlich tendenziell mehr akademischen Bereich, aber kann man nicht so unbedingt festmachen. Jeder, der eigentlich so ein Faible, so eine Affinität für irgendwas ein bisschen Sprachliches, Spirituelles, wo man ein bisschen zum Denken angereizt wird. Viele aus diesem Bereich kann man vielleicht sagen, Gedenker oder die mal ein bisschen mehr als dieses Haram, Halal wollen, wie du es eben genannt hast. Genau. Und dann hast du, was ist jetzt deine Hoffnung jetzt auf dem Weg der Zukunft? Weil du bist ja auch jemand, der ja auf was hinarbeitet. Genau. Siehst du eine Entwicklung, positiv oder negativ? Also ich muss sagen, in der Arbeit, in der Islamarbeit. Ich muss sagen, generell, also unter den Muslimen, eine sehr, sehr positive Entwicklung. Also wenn ich, ich weiß nicht, Omar, und du kannst es definitiv auch sagen, als wir jung waren, wer hatte überhaupt dieses Bewusstsein, dass wir jetzt hier sitzen und über Islam reden? Ich meine, das ist Pioniersarbeit. Die Leute wussten nichts. Auch ich wusste, als ich jung war, man hatte so Basiskenntnisse, aber man wusste nicht viel. Und Alhamdulillah, es ist eine sehr, sehr positive Entwicklung. Natürlich, wenn man kritisch ist, man darf auch nicht vergessen, das Positive anzusprechen. Es ist eine sehr, sehr positive Entwicklung. Viele Muslime auch jetzt, wenn ich in der Hochschule bin, also viele machen Abitur, viele studieren, was auch nichts heißen muss, unbedingt, dass man jetzt unbedingt studiert hat. Aber trotzdem gibt es diese Tendenz. Und aber auch auf anderen Ebenen, die Muslime bilden sich weiter, sie lesen, sie kaufen Bücher und sie machen was aus ihrem Leben sozusagen, im Einklang mit der Religion. Und das finde ich schon mal eine sehr, sehr positive Tendenz, die ich da wahrnehme, auf jeden Fall. Und ich meine, das beste Beispiel ist auch, dass wir jetzt hier sitzen. Wir sitzen hier, geben vielleicht Jüngeren eine Art Inspiration. Auch Gleichaltrigen, glaube ich. Oder Jüngeren und auch Gleichaltrigeren eine Art Inspiration. Das wäre in unserer Zeit gar nicht denkbar, dass man über diese Themen hier einfach so sprechen kann, auch mit breiter Brust und sich nicht schämen muss oder was auch immer. Genau, du hast ja in vielen Hinsichten, das haben wir eben ja auch, was für uns nicht greifbar war, du hast ja in vielen Hinsichten keine Vorbilder. Du hast dann, ich meine, unsere Väter als Gastarbeiter, die haben alles in ihrem Messen alles gemacht, was die machen konnten einfach. Moscheen gebaut, ohne Deutsch, viele, also mein Vater ist ja direkt aus den Bergen gekommen. Aber die haben es trotzdem alles geschafft und was haben die natürlich gemacht? Das, was die kennen, haben dann aus Marokko einen Imam hingebracht. Der kennt ja diese gesellschaftlichen Probleme, die hier existieren, kennt er ja gar nicht. Genau. Und das hat sich ja geändert. Du hast jetzt Leute, die mitten im Leben stehen und wo jetzt eigentlich so die nächste Stufe hin muss, ist einmal so Pioniersarbeit, was du machst, da muss von unserer Seite, ob jetzt Sekiria als Content Creator, da muss das Niveau hochgefahren werden, mit historischen Sachen, um den Leuten einfach wieder eine Identität zu geben, um zu wissen, okay, das und das ist passiert. Weil du hast glaube ich schon am Anfang gesagt, wir lesen ja nur das, was uns ja die Schule dann vorgibt. Da fehlen ja ein paar hundert Jahre Philosophie, die wurden einfach übersprungen. Und dann ist sowas wie Sekiria macht wichtig, aber auch, dass wir den Leuten sagen, guck mal, auch als Unternehmer kannst du deinen Werten treu bleiben, du kannst in deinen Prinzipen bleiben, du musst die nicht über Bord werfen, du musst dich nicht anpassen. Das, was du machst halt. Genau, das, was du machst, ist schon gut. Aber, wenn du dich auch dran hältst, an den Eigenschaften. Und das müssen wir auch zeigen, dass man nicht immer alles, wie du auch, wie wir heute gesagt haben, dass es nicht getrennt wird, Wissen und Handlung. Ganz kurz. Wissen und Handlung ist im Unternehmertum, Wissen und Handlung ist in der Historie, Wissen und Handlung ist in der Sprache, in allen Sachen. ganz wichtig, ich habe dir eben gesagt, das ist nie zum Selbstzweck, ist immer ein Mittel zum Zweck. Und wenn du diese ganzen Eigenschaften an dir arbeitest und irgendwann mal integriert bekommst oder implementiert in dich, dadurch wirst du auch automatisch erfolgreich im Unternehmertum. Du musst nichts ablegen. Musst du ablegen, vertrauenswürdig zu sein, musst du ablegen, ehrlich zu sein, pünktlich zu sein, Vollkommenheit anzustreben in die Aufgabe, die du hast. Musst du das ablegen? Nee. Ja. Das Einzige, was legen die als Einzigste ab? Gebet. Gebet, ja. Ja, geht nicht, mein Chef will nicht. Weißt du, das legen die ab. Ja. Weißt du, das musst du nicht ablegen. Wenn du die anderen Sachen hast, dann ist das Gebiet das Letzte, was du ablegen musst. Aber wenn du pünktlich bist, wenn du Vollkommenheit in deiner Aufgabe bestrebst, hör mal, der Chef persönlich, der macht dir Teppich und vielleicht macht er sogar Erdenfilme. Weißt du, also als Unternehmer, du denkst halt so. Ich kenne doch alle Unternehmer, die juckt das nicht. Früher war anders. Früher musst du dich verstecken, machen, tun. Jetzt ist es wieder, dass du gut arbeitest. Nein. Ich sage, wenn du die Eigenschaften eines Muslimen hast, dann ist das denen egal. Aber du kannst nicht auf eine Seite zu spät kommen und immer alles auf irgendwas schieben und dann am Ende sagen, ja, wenn ich nicht hier beten kann, arbeite ich nicht. Das funktioniert nicht, weil dann ziehst du das immer wieder ins Schlecht. Widersprüchlich. Nein, in ein schlechtes Licht, weil du ziehst ja die Karte immer nur, wenn sie dir passt. Damit machst du anderen auch Probleme. Sei pünktlich, erzähl erstmal gar nicht, dass du betest. Und später wirst du sehen, der wird sagen, klar kannst du hier beten, ist doch kein Problem, du bist ein super Typ, weil du bist charakterlich einfach top. Du bist ehrlich, auf dich kann man sich verlassen. Und wenn der dann sieht, noch die Wurzel von deinen Eigenschaften, deinem Charakter, ist der Islam, ist die Handlungen des Propheten, dann wird der der Erste sein, der sagt, gib mir mal so eine Biografie, ich will die mal lesen. Wie könnt ihr denn in so einer verrückten Welt noch so funktionieren? Ja, sehr gut. Das ist ganz, ganz wichtig. Sehr guter Punkt, auch was du erwähnst. Das wird auch im Koran immer wieder zum Beispiel hervorgehoben. Diese hohe Ethik, dieser starke Charakter, der Prophet wird für seinen Charakter in ganz vielen Versen gelobt. Das Einzige sagen manche Gelehrte, wofür der Prophet, Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam, im Koran gelobt wird, ist für seine hohen Charaktereigenschaften. Weil das einfach ein Schlüssel zu den Menschen ist. Abimah rahmatim in Allahi lintalahum. Genau, die Weichherzigkeit, die Empathie, diese gute ethische Dimension, die Vertrauenswürdigkeit. Deswegen die Gelehrten sagen, interessanterweise, kein Prophet darf in seinem Leben, also bevor er das Prophetentum erlangt hat, gelogen haben. Weil dann man ja eine Ausrede hätte, hey, der Typ hat schon immer gelogen oder der hat vorher schon gelogen. Genau, jetzt lügt er auch, als er Prophet ist. Genau. Deswegen, also El-Amin, Sidr, also die Wahrhaftigkeit, die Vertrauenswürdigkeit ist so eine essentielle Eigenschaft eines Muslims, das geht gar nicht anders. Und wie du auch sagst, dieses Gesellschaftliche, auch im Koran, als ich den Koran dann, sag ich mal, in der Tiefe mehr studiert habe und auch über dieses, was du sagst, dieses Maqs hat, also dass der Koran einen Sinn verfolgt. Es gibt zum Beispiel ein Vers in Surah Nummer 7, wo es heißt, dass Allah sagt, O Kinder Adams, wir haben euch Kleidung herabgesandt, damit eure Scham bedeckt wird und als Federkleid. Also damit eure Scham bedeckt wird und als Federkleid. Hier spricht Allah einmal diese ethische Dimension an, dass wir nicht nackt rumlaufen, dass sie bedeckt wird und dann noch die Gnadengabe. Federkleid kommentiert einer der größten Rhetoriker des Korans, so wie der Vogel in seinem Federkleid Schönheit hat, also ein gerupftes Huhn sieht nicht schön aus. Normalerweise sieht man ja keine Federkleidern, normalerweise sieht man das ja nicht. Genau, aber es ist eine Art Sinnbild, wie einem die Schönheit eines Vogels in seinen Kleidern gibt. Spricht Allah uns hier damit an, dass ihr, also von Allah, diese schöne Sache, von der Kleidung, womit ihr euch gut anziehen kann, als eine Art Danksagung sozusagen von ihm bekommt. Und das will auch für Danke sagen und die ethische Dimension. Wenn man das aber so liest, dann denkt man sich, wenn man nicht darüber nachdenkt und das einfach nur so liest, dann denkt man sich so, Federkleid? Warum Federn? Wer trägt denn Federn? In dem Moment... Ich glaube auch, die Übersetzung wird dem nicht ganz gerecht, aber das ist das Erste, was man zum Erklären bekommt. Aber ich glaube, das ist noch viel, viel... Ich glaube, darüber könntest du jetzt eine halbe Stunde nur reden, über diesen einen, die Beschreibung. Das meint man mit Federkleid, so wie die Schönheit des Vogels in seinen Federn liegt. Genau. So ist für uns Kleidung was Schönes und Allah sagt das, dass den Menschen, hey, du darfst schöne Kleidung tragen, ganz im Gegenteil, wie haben die diese Kleidung herabgesandt? Genau. Für viele, die jetzt auch, ne, zeitlang diesen krampfhaften Islam praktiziert haben, auch vom Äußerlichen her. Ja. Darauf muss man... Genau. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Der Koran, und die Gelehrten sagen, was wunderschön ist, der Koran erwähnt nicht, was für Kleidung du tragen sollst, was für Essen du essen sollst, was für Gewinnmargen du haben sollst, weißt du warum? Und so sagen die Gelehrten, die Sachen, die der Koran nicht erwähnt, nicht erwähnt, tragen genauso viel Gleichheit in sich, wie die Sachen, die der Koran erwähnt. Warum? Damit der Koran diesen universellen Charakter hat und überall zugänglich sein muss. Zu jeder Kultur. Die Leute in Marokko tragen nicht das Gleiche, wie die Leute in Indonesien und die gleichen Leute in Russland tragen nicht das Gleiche, wie die Leute in Südafrika. Und das müssen wir verrichten, dass wir von diesem Kulturellen wegkommen. Genau. Eher zu dieser ethischen Dimension und eher zu dieser Danksagung, dass wir diese Schöneheiten von Allah bekommen haben und ihm Danke sagen. Wenn die Muslime das umsetzen würden, die würden einen ganz anderen Zugang zu ihrer Realität bekommen. Definitiv. Und das ist das, was ich auch so, dann so die erste Zeit, wo hier in Deutschland so ein bisschen dieses, wo dann verschiedene Richtungen waren, dass dann plötzlich alle rumliefen wie Pakistaner. Das habe ich auch nicht verstanden. Manche wie Pakistaner und manche wie Saudis. Nein, nein, die meisten, also bei uns, diese Ecke, waren alle so angezogen, so 24-7. Jetzt haben die das, jeden mussten die, ja, du musst das Video machen. Habe ich ja auch damals gemacht. Ich bin doch kein Pakistaner, warum soll ich das anziehen? Wenn, dann zieh doch Laibaya aus Marokko an. Du bist Marokkaner. Wenn du schon magst, dann zieh doch Laibaya aus Marokko an. Was hast du mit Pakistan zu tun? Ja. Ich habe wirklich damals schon, da war ich sehr jung, da habe ich ja von früher Hijra gemacht aus Berghain. Habe ich schon gedacht, da kann irgendwas nicht stimmen. Warum sehen die alle gleich aus? So, und das ist das, was du gerade sagst. Ja. Und das ist auch, sogar die Gelehrten erwähnen das. Ja. Das ist eine bestimmte Sache, dass man sich so kleiden soll wie in der Gesellschaft, in der man lebt, solange das Islam-konform ist. Genau. Und das ist die Schambedeckung, das ist bei gewissen Situationen und so weiter. Und das ist ja auch viel, viel näherbarer. Also wenn ich jetzt, Allah sagt immer wieder, wir haben einen Gesandten von ihnen aus ihnen geschickt. Aus ihrer Mitte. Aus ihrer Mitte. Warum? Weil wenn jemand, und es gibt eine interessante Aussage vom Philosophen Heidegger, der sagt, wenn ein Löwe deine Sprache sprechen könnte, so würdest du ihn nicht verstehen. Warum? Weil er nicht den gleichen ökonomischen, soziologischen Hintergrund hat wie du. Er kommt nicht aus der gleichen Gegend, er hat eine andere Realität. Er frisst, er frisst, um zu überleben, er ist wild und so weiter. Andere Sachen, genau. Und so, umso mehr einer aus deiner Gegend kommt, aus deiner Gesellschaft kommt, deine Sprache spricht, umso zugänglicher ist er auch. Genau. Deswegen kamen Propheten immer aus der Mitte der Gesellschaft. Sie waren die Normalsten. Wenn man so sagt, sie waren dahin, die Normalsten. Genau. Aber sie unterschieden sich auf der ethischen Ebene, auf der metaphysischen Ebene, dass sie Allah anbeten, dass sie dankbar waren, dass sie geduldig waren. Genau. Charakterlich. Charakterlich unterschieden sie sich, aber nicht im Konstrukt, was sie für die Welt haben. Nicht in der Kleidung, nicht in der Sprache, nicht im Essen, nicht in der Kultur. Das ist ja das. Die Sprache halt, wenn man schlimme Wörter sagt. Genau, gute Wörter. Aber nicht, ich meine jetzt von der Sprache her, dass sie auch Arabisch gesprochen haben oder Hebräisch oder Arabisch und so weiter. Sehr, sehr interessanter Punkt. Auch der Muslim ist ja ein Teil der Gesellschaft, nicht ein Gegenteil der Gesellschaft. Das ist ja auch so ein wichtiger Punkt, den man auf jeden Fall auch verstehen muss. Und das ist ja auch das, der Prophet, der Prophet hat sich ja Sorgen um seine Gesellschaft gemacht. Die waren ja keine Muslime, aber er hat Sorgen darüber gemacht, dass sie nicht den Islam erreicht und nicht den Islam annehmen werden, diese Botschaft. Und das ist auch so eine Sache, wenn wir Guts für die Gesellschaft haben wollen, sollen wir ein Teil der Gesellschaft sein. Und das auch, was ich auch ein bisschen da an dieser Kleidungssache und so weiter auch ein bisschen finde, ist zwei Gedankengänge auf jeden Fall auch in Bezug auf diese Sache. Erstens, wenn du dich dann komplett, sag ich mal, kulturell abschottest, wie zum Beispiel durch Kleidung, ist die Gefahr ja da, dass du es ja nicht machst, weil du diese Kleidung richtig findest, sondern weil du ja unterbewusst auffallen möchtest. Weil nicht jeder werkt das vor, aber es ist so eine Sache, dass man unterbewusst, und das ist ja nicht das, was der Muslim beabsichtigt, irgendwie aufzufallen und Kleidung zu tragen, um aufzufallen. Im Gegenteil, man möchte ja nicht, man möchte einfach gar nicht wirklich unbedingt auffallen, sondern man möchte vielleicht positiv auffallen mit seinem Verhalten, um andere Leute zu zeigen, dass dieser Weg der richtige ist. Ja genau, auf jeden Fall, dieser eine Gedanke ist sehr, sehr wichtig, dass man auch darauf aufpassen muss, wenn man sich anders kleidet oder anders kulturell verhält. Ich rede jetzt im islamischen Rahmen, alles, was wir sagen, ist immer im islamischen Rahmen, aber nur mal das zu sagen, wenn manche Leute wollen, die suchen immer nämlich... Schiedsrichter, wir sind sowieso die besten Schiedsrichter der Welt. Schiedsrichter. Rote Karten können wir gut verteilen. Eigentlich müssen alle FIFA-Schiedsrichter sein normalerweise, weil die finden immer die Fehler. Aber bei uns viele rote Karten. Okay, auf jeden Fall, das ist das und das ist, finde ich auch auf jeden Fall ein sehr interessanter Punkt, den man... Genau, zweiter Punkt, kannst du gleich zukommen. Ich wollte noch zu dem Punkt was sagen. Es ist ja auch nicht, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, es ist ja auch nicht die natürliche Veranlagung des Menschen, die Fitra. Das heißt, das Herz fühlt sich ja auch zu den Sachen hingezogen. Schöne Sachen, reine Sachen, saubere Sachen. Deswegen fühlt man sich ja auch zu Kindern hingezogen, weil die ja noch rein sind. Wenn du kleines Kind sind, süß, weil die ja noch von der Fitra sauber sind und die älter, die werden oder die haben ja schon, sag ich mal, ein bisschen was verbrochen oder Menschen, die dann ihre Fitra dann schon in eine falsche Richtung gelenkt haben. Aber bei Kindern merkst du das halt, weil wenn man kleine Kinder sieht, die sind halt noch so, deswegen fühlt man sich auch... Und ich glaube einfach, dass die Leute sich in so eine krampfhafte Lebensweise, Lebensstil, den die eh nicht lange aufrechterhalten können. Und das habe ich auch sehr oft persönlich gesehen. Leute, die das vier, fünf Jahre gemacht haben, sich isoliert haben und der Islam ist ja nie gekommen, um sich zu isolieren. Es gibt eine Überlegung von den Dingen zu verbieten. Es gibt eine Überlegung vom Propheten, der sagt, derjenige von euch ist besser, der unter den Menschen geht, den potenziellen Schaden, um den potenziellen Schaden zu ertragen, ist besser als derjenige, der nicht unter den Menschen geht, um den potenziellen Schaden zu ertragen. Das heißt, der Prophet sagt, geht da rein, auch wenn ihr Schaden erträgt. Dadurch seid ihr halt besser, weil da könnt ihr auch beweisen, ob ihr wirklich dann auch Eigenschaften habt oder auch nicht und dann an den Eigenschaften arbeitet. Ein sehr, sehr guter Punkt, zum Beispiel im Koran gibt es ja viele Geschichten und diese Geschichten enthalten eine Lehre an den Vorbildern, der vorangegangenen, wie wir uns in gewissen Situationen verhalten sollen. Und in der Surah Nummer 12, die Geschichte von Yusuf, wird ein schönes, eine der besten Geschichten oder die beste Geschichte, weil da so viel Weisheit drin steckt. Die Gelehrten kommentierten Folgendes, er war im Gefängnis, wo da wirklich nur Kriminelle waren und natürlich auch, die haben Götzen angebetet, darüber hinaus waren sie kriminell und trotzdem kamen sie zu ihm und sagten zu ihm, wir sehen dich von den Gutes-Tunden. Kannst du uns einen Ratschlag geben? Und hier ist eine tiefgründige Weisheit enthalten. Er war mit den Schlechtesten der Gesellschaft im Gefängnis stark kriminell, aber trotzdem war er so in seiner, also in diesem Kontext hat er so viel Gutes gemacht, so viel Gere gemacht, den Leuten geholfen, dass sie ihn sogar da als Gutes-Tunden sahen. Und das ist so wichtig, diese Schlüsselkompetenz. Eines guten Charakters in der Gesellschaft. Und wirklich, das merkt man, das sieht man, dass wirklich dieses Licht, diese Nur, diese Ausstrahlung wirst du bekommen, wenn du es wirklich auch machst. Wenn du nur so tust, das werden auch Leute sehen. Und zu Yusuf, man muss natürlich auch die Vorgeschichte kennen, dass er natürlich vorher viel Leid ertragen hat, zu Unrecht ins Gefängnis gekommen ist, aber trotzdem diesen Moment genutzt hat, um Dauer zu machen. Weil ich glaube, die haben, also es geht ja weiter, die sagen, wie kann einer wie du hier sein? Und er hat dann glaube ich im Dialog dann gesagt, ja, wie können Leute wie ihr an viele, also mehrere Götzen anbieten? Genau, genau. Da hat er, aber das war ja nur der Moment, wo die den praktisch jetzt in die Zelle tun. Das heißt, dieses kleine Fenster vor ein paar Sekunden, der war nicht, ja, warum komme ich schuldig ins Gefängnis, hat er genutzt, um die Leute aufmerksam zu machen auf Allah, weißt du, überleg mal. Tauhid direkt aufgerufen. Soviel erstmal zu, und ich finde, es ist gut, dass du es ansprichst, die Geschichte vom Prophet Yusuf, a.s. ist so gut, weil die erklärt auf so viele Ebenen, und das ist das, was ich immer sage, dass Allah wa ta'ala von uns, und das ist auch ein überlieferter Propheten, Vollkommenheit, wir müssen Vollkommenheit anstreben, ob er im Gefängnis war, ob er im Brunnen war, egal wo, hat Yusuf immer Vollkommenheit eingetragen, er hat immer sein Bestes gegeben, und das ist immer das beste Beispiel, aufhören aus dieser Jammerlappen, mentaliert rauskommen, egal wo du dich gerade befindest, gib einfach dein Bestes. Oder was gibt es Schlimmeres, deine eigenen Brüder tun dich wegwerfen. Ich sag doch gerade, aber er hat trotzdem sein Bestes gemacht, auch als er die Brüder gesehen hat, was hat er gesagt? Ja, auf euch keine Schandfreude. Egal welche Ebene, und ich erzähle auch oft diese Geschichte, Sahabi, die habe ich auch bei meinem Vortrag, Eigenschaften eines Muslim, da sage ich immer, guck mal, der Muslim, also der Muslim, ich zähle dann so auf, und sage, der Muslim ist bescheiden, und dann mache ich Stopp, weil das spielt ja vielen in die Karten, das immer aus, ja ich bin bescheiden, ich habe gesagt, ja aber Stopp, in den richtigen Momenten bescheiden, nicht, wenn ihr mit euren Fähigkeiten anfängt zu geizen, Bakhil seid, weißt du? Da sage ich, Yusuf a.s. als gefragt wurde, wer kann die Probleme dieses Landes lösen, hätte der auch sagen können, ich bin Abdullah, nee ich bleibe hier, ich mache weiter meine Dings, guck wie er klappt. Ich finde, er hätte auch noch was anderes sagen können, er sagt, ich bin im Gefängnis, diesen Schuld, dass ich im Gefängnis bin, die haben mich unschuldig ins Gefängnis gefordert, sollen die verrotten, sollen die kaputt gehen, hätte er auch machen können. Aber ich gehe nur auf diese Ibadah-Ebene, ich mache hier meine Ibadah, die Welt ist sowieso schlecht, die du gerade beschrieben hast, was hat er gemacht? Geht alle auf Seite, ich kläre das, ich kann das, ich rette dieses Land. Guck mal, was für ein Selbstbewusstsein, weißt du? Und das ist viele, was auch viele falsch machen, ist diese falsche Bescheidenheit, so einfach sich isolieren, ich kann, obwohl er das kann. Und dann psychisch krank werden. Genau, das macht auch später psychisch krank. Ist wirklich so, wenn du deine Fähigkeiten nicht einsetzt für die Gesellschaft, wirst du irgendwann psychisch krank. Und deswegen, sorry, dass ich jetzt so weit ausgeholt habe, aber das nehme ich immer als Beispiel wegen dieser falschen Bescheidenheit. Und vielleicht, um da nochmal anzuknöpfen, was du gerade gesagt hast, um das zusammenzubringen. Also Yusuf hat hervorgestochen durch seinen guten Charakter und diese Gelegenheit hat er genutzt, um, sage ich mal, in einer Art Debatte, in einer Art Argumentation zu sagen, sind denn mehrere Götter besser oder der eine, der Allmächtige, der Allbezwinger, er hat erstmal das Vehikel des guten Charakters, also die Vorlage des guten Charakters, genutzt und dann den Tauhid formuliert. Dann hat er diesen Todesschlag gegeben. Warum? Weil das muss, ne, schön. Aber das ist immer auch gut, weil, was auch eine Krankheit bei uns ist, ist halt, wir, wir gehen nie zur Ursache. Wir gehen immer nur zu Symptomen. Zum Beispiel, jetzt nur als, sagen wir jetzt als Beispiel, jetzt, Zeccaria hat jetzt geschafft, ich mache jetzt ein ganz, ganz plakatives Beispiel, dass Sahabi heute hier hinkommt. Bei wem muss ich mich bedanken? Bei Sahabi. Ne, bei dir. Bei mir, ich habe ihn geholt. Du bist die Ursache. Und dann bei Sahabi. Ja. Viele machen halt, was ich immer sage, diese Jumper-Aktion, weißt du, die gehen nicht mehr zurück zur Ursache. Das ist jetzt, genau. Ein bisschen weit hergerissen, aber nur so zu erklären, weißt du, am Ende müssen wir immer Allah Ta'ala dankbar sein. Immer. Und das hat, was da in diesem, in dieser Ayah, das als Erkann, kann das keiner beschreiben. Also bei uns jetzt hier, hat er das halt gut dargestellt. Sehr gut. Sahabi, ich denke, mit dir haben wir viel noch zu besprechen. Ich glaube, in einer Folge, das alles, mit Sahabi zu besprechen, was wir besprechen wollten, wird, glaube ich, ein bisschen den Rahmen sprengen. Hättest du Lust, wahrscheinlich auch dann eine zweite Folge zu drehen, mit uns. Gucken wir mal die Community, was sie sagt. Ihr könnt das gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Sahabi wieder als Gast sehen wollt. Ihr könnt auch gerne schreiben, was ihr an Fragen habt in Bezug auf Sahabi, seinen Werdegang, über ihm als Person, seine Arbeit, die Islamarbeit in Deutschland und so weiter und so fort. Ich kann es nicht oft genug sagen. Also erstmal Zakaria auch. Danke, Sahabi, danke. Gerne. Für deine Anwesenheit. Ich habe ein paar Fragen. Ein paar knackige Fragen. Wer ist dein Lieblingsschech? Mein Lieblingsschech? Ja, einen. Du darfst nur einen nennen. Keine links, rechts und so. Keine diplomatischen Antworten. Einen Namen brauche ich. Das ist relativ unbekannt. Der heißt Dr. Ali Henni Il-Aqrabaoui. Das ist von dem ich vieles, von dem, was ich schreibe, gelernt habe und übersetze. Der kommt aus Armen, Jordanien. Er hat einen super Charakter, sehr, sehr starken Charakter und tolle Persönlichkeit und sehr, sehr wissend. Kennst du ihn persönlich? Sehr wissend, ja, ja. Nächster Lieblingshadith. Lieblingshadith? Also die Überlieferung vom Propheten. Auch nur eine. Eine sagen muss. Hab Abahmen mit dem auf der Erde, so hat Abahmen mit euch derjenige im Himmel. MashaAllah. Lieblingsäher? Boah, das ist natürlich, das ist die Frage, die ich am meisten gestellt bekomme. Aber man kann nicht sagen Lieblings, weil jede, jede Eher... Ich brauche nur eine Eher. Okay. Sprich zu meinen Dienern, die ihr euch gegen selbst Unrecht gewesen seid. Verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. Allah vergibt alle Sünden. Allahu akbar. Wenn du dem Propheten Sallallahu alaihi wa sallam eine Frage stellen könntest, welche wäre das? Zu emotional. Kann ich nicht antworten. Okay. Das lassen wir normalerweise nicht gelten. Da kannst du ein bisschen weiter ausholen. Das ist kein Problem. Das musst du nicht mit einer Antwort lösen. Was verlangt Allah von uns? Wenn du es schaffst, in einem Satz, gut. Wenn nicht, kannst du auch ausholen. Ja, ich würde die Frage so beantworten, wie es der Koran tut. Und zwar sagt er, Allah im Koran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَى الْيَعْبُدُونَ Ich habe die Menschen und die Jinn, also die Geisterwesen, nur erschaffen, damit sie mir dienen. Und damit sie mir dienen, lautet nach der Exegese, also nach der Interpretation des Korans, damit sie mich kennenlernen. Und es gibt eine Überlieferung, die ist zwar schwach, aber die wird auch generell ab und zu erwähnt, wo Allah sagt, ich war ein verborgener Schatz, sozusagen, und wollte erkannt werden. Also die Gotteskenntnis, dass wir ihn kennenlernen, ist, glaube ich, das, was von Allah von uns ist. MashaAllah. Dann Zakaria, Lieblingsscheich. Lieblingsscheich. Du hast noch Zeit zum Überlegen. Zahmib. Ich habe extra nicht überlegt, weil das überraschend ist. Oh, Überraschung. Surprise, surprise. Ja, mein Scheich im Koran auf jeden Fall. Ja, der Name. In Medina. In Medina, genau. Lieblingshadith. Lieblingshadith. Wenn diesen Hadith, weil den hört man ja so oft auch in den Muschinen, wenn das die Muslime praktizieren würde, wir wären auch ein ganz anderes Niveau. Niemand von euch liebt das, hat vollen Glauben bisher für seinen Bruder, das liebt, was er für sich selber liebt. Lieblingsäher. Lieblingsäher. Gewiss, die Gläubigen sind diejenigen, wenn Allahs Name erwähnt wird, beben ihre Herzen und wenn seine Verse oder seine Ayat verlesen werden, wird ihr Iman gesteigt. Da müssen wir da hin kommen. Ich habe noch eine Frage an dich, die habe ich übersprungen. Lieblingssahaba. Lieblingssahabi? Ja. Abu Bakr. Abu Bakr. Siddiqu. Dann direkt auch zu dir. Lieblingssahaba. Natürlich der beste Sahabi ist Abu Bakr. Aber, das haben wir schon genannt. Wofür ich stendiere? Ich habe zwei Sahaba, zu denen ich stendiere. Ich habe leider mit Sahabern das ist einfach schwer für mich. Das ist Ali bin Abi Talib und Abdullah bin Zubayr. Weil, beide haben eine sehr, krasse Geschichte und beide sind sehr jung zum Islam gekommen. Der eine ist ja geboren im Islam, aber beide haben viel Leid in ihrem Leben auch dann erlitten, also Ungerechtigkeit gegenüber ihnen am Ende ihres Lebens. Deshalb, deren Geschichte macht mich, es gibt viele Sahaba, subhanes, mit Sahabern es ist schwer. Ein zweiter Sahaba, weil ich bin, bei dir hätte ich ja mit einem anderen gerechnet. Lass mich erklären, warum ich Abu Bakr sage, weil die Erklärung oft sehr wichtig ist. auf wen ich getippt hätte? Auf Ali? Nein. Auf Amr? Auf Mann. Weiß nicht. Abbas? Abbas? In Koran und so? Genau. Ich hätte Abbas getippt, weil der war ja die absolute Koryphäe in Turim al-Koran, wurde er genannt. Genau, und deswegen hätte ich, ich hätte es mich gefragt, ich hätte gesagt, der sagt zu 99 Prozent eben Abbas, rade an. Aber, ganz vielleicht in ein, zwei Sätzen, Abu Bakr, sein Spitzname, weil wie du gerade gesagt hast, der wahrhaftige ist Saddiq. als man auf ihm zukam und gesagt habe, hast du gehört, was dein Freund gesagt hat, dass er Offenbarung aus dem, dass er von einer Nacht in die andere Nacht von Mekka nach, in einer Nacht von Mekka nach gereist ist, also Israel Maraj. Und die Araber haben damals genau 30 Tage für diesen Weg gebraucht. Dann hat Abu Bakr gesagt, ein sehr, sehr tiefgründiges Argument, ich glaube ihm weitaus mehr als das, ich glaube ihm, dass er die Botschaft aus dem Himmel bekommen hat. Und deswegen ist Saddiq, weil er sofort unmittelbar geglaubt hat. Ohne Zweifel. Ohne Zweifel. Und seine ganzen Standpunkte waren, das war die prägnanteste Eigenschaft, diese Wahrhaftigkeit. Als der Prophet gestorben ist, hat er wahrhaftig gehandelt und den Vers verlesen. Andere Sahaba haben geweint. Die anderen haben sogar gesagt, wenn er etwas sagt, schlage ich seinen Kopf. Auch mal hat das gesagt, aber Abu Bakr hat den Vers gelesen und der Prophet Mohammed ist nichts als ein Prophet, wenn er stirbt oder umgebracht wird, ihr auf euren Versen umkehrt macht, wird das bei Allah nichts mindern. Also er hat in dieser Situation sogar, wo der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam gestorben ist, sein bester Freund, sein erster, wahrhaftig gehandelt. In allen seinen Situationen hat er wahrhaftig gehandelt, deswegen hat er diesen Spitznamen verdient. Das ist eine schöne Eigenschaft. Zakaria, wenn du die Möglichkeit hättest, dem Propheten Sallallahu alaihi wa sallam eine Frage zu stellen, welche wäre das? Das ist auch sehr emotional. Nee, nee, boah, jetzt hast du aber Tomschlag-Argument. Ich würde ihn fragen, Sallallahu alaihi wa sallam, wie schaffe ich es, mit dir zusammen im Paradies zu sein? Gute Frage. Aber die Antwort kennen wir. Vielleicht hat er, nee, stimmt, der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam hat ja immer individuell auch eine Sallallahu alaihi wa sallam gegeben, Antworten gegeben, nicht pauschal. Ja. Deswegen, auf jeden Fall, Sahbi, danke, dass du hier warst. Wir würden das gerne nochmal wiederholen oder vertiefen. Genau. Danke, danke. Gerne auch eure Fragen in die Kommentare für Sahbi, für die Zukunft, auch Anregungen, was ihr mehr sehen wollt oder was ihr noch hören wollt, weil wir sind ja ein interaktiver Podcast. Genau, wichtig ist, damit würde ihr mir allen einen Gefallen tun, bestellt das Buch, geht auf seine Seite, supportet diese wundervolle Arbeit, die wirklich eine Bereicherung ist für uns und das motiviert auch Leute dann weiterzumachen. Ansonsten machen alle Hijra und dann bleiben wir alle alleine hier irgendwann mal und deswegen liken, folgen, abonnieren, also seine Kanäle bei uns sowieso. Ja, und danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen, für den Support. Ihr findet uns auf allen verfügbaren Plattformen, einfach auch dort gute Bewertungen hinterlassen. Genau, vor allem bei Spotify, fünf Sterne, ist ganz wichtig, damit noch mehr Leute diesen Podcast bekommen. Und jetzt haben wir zum Abschluss. Abschließend, natürlich kommt jetzt noch unser Value of the Day, auf den ihr immer wartet. Sahbi, was möchtest du unserer Community mit auf den Weg geben als prägnanten Value of the Day? Ich glaube, der Value of the Day, den würde ich dahingehend formulieren, dass man im Leben oft auf Hindernisse trifft, oft auf Schwierigkeiten trifft, aber dass man wirklich geduldig sein soll, in der Wirkkraft des Handelns, sage ich mal, Motivation suchen soll, dass man tun soll, wie wir eingänglich erwähnt haben. Und ja, das ist das, was ich sagen würde, dass man geduldig sein soll auf die Hindernisse, die einem im Leben über den Weg laufen und dass man einfach machen soll, dass man sich mit guten, positiven Menschen umgeben soll, das ist so wichtig, eine positive, sich eine positive Atmosphäre zu schaffen mit positiv denkenden Menschen nach vorne schauen und tun und tun und tun und verzweifelt, habt Selbstbewusstsein an euch selbst. Das sind natürlich so vielleicht Sachen, die man oft hört, aber oft ist das, was man oft hört, eine gelebte Realität und deswegen sagen es die Menschen immer wieder, weil sie es ja traditionsartig immer wieder bei sich erfahren haben, dass das funktioniert und deswegen kann ich mich nur dem anschließen. Super, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Altyazı M. Vielen Dank.